Glaub ich. Gut. Was ist das für ein Boot? Keine Ahnung, das ist die Messer, das ist halt von diesem aktuellen Event gerade. So, also Panda, dann mach du mal die Container auf hier. Ich klipp mal auf Container. Los geht's, Leute. Das große Unboxing. Panda hat lange gespart und jetzt hier auf Container öffnen. Nicht alle Container öffnen, sondern Container für Container. Nicht mit der Maus verrutschen. Schmeckt gar nicht mal so gut. Okay. 14 Tage Premium? Okay. 14 Tage. Lol. Mach es, Panda. Ja, Panda. Panda, zeig dich mal. Die wollen dich vor der Kamera sehen. Ja, du. Ja, ich nicht. Du hast einen Panda in der Fuchtel. Der kleine Zipfi. Das ist eigentlich so schüchtern hier. So. Gut. So geil schmeckt es nicht irgendwie, oder? Nach irgendwie gar nichts. Wollen wir da ein bisschen, ich tue mir, kannst du mir da ein bisschen Fruchtsirup reintun? Ja, nicht jetzt. Machen wir erstmal Container auf. So, weiter geht's, Leute. Best Western in Gateway Park. Okay, das kann man da machen. So, nächster Container. Also, 14 Tage Premium Hammer. Der nächste, ich weiß gar nicht, sind das Standard Container? Das sind, glaube ich, Stein Container. Oh, nee, das sind keine Standard Container. 50 Lackierungen, Valentinstag. Das sind keine Standard Container. Okay, nice. Sehr, sehr nice. Also, krass, krasse Container. Next one. Da komme ich halt die Maus fest. Kann er mit seinen Pfoten besser. Das ist auch wieder so ein roter, großer. Okay, 1000 Dublonen. Okay. Okay. Sven, hast du auch solche geilen Sachen gezogen? Okay, nächster, Panna. 45 haben wir noch. 45, äh, Dublonen ist echt gut. So, nächster. Das ist ein kleinerer. Das ist ein Rohstoff. Wollte ich gerade sagen, Kohle. Boah, 500, nice. 800 Kohle und 500 freie EP. Kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Auf geht's, nächster. So, Nummer 44. Das ist wieder Rohstoff. Kohle und sechs Flaggen, und zwar Equalspeed Charlie London und Zulu. Was ist denn das für eine? Oh, okay. Hat sich schon ver... schon verabschiedt. Den Valentin Skin gab's für alle. Oh, nice. Sehr, sehr cool. Weil es gibt eine Schaltwelle, da kann man auf alle auf einmal machen. Paul, du hast wohl den Sinn eines Unboxing-Videos noch nicht so ganz verstanden, oder? Da gibt's gleich Ärger. Da gibt's gleich Ärger. Warte mal, das machen wir nämlich auch im gleichen Sinne so. Und fight. Panda fightet gegen dich, äh, Paul. So, nächster. Wieder Rohstoffe. Wieder Kohle. Kohle. 800 Kohle und drei Flaggen. Papa, papa. Ich krieg da keine Infos zu dem. Gut. Dann, next one. 41 noch. Nur noch. Rohstoffe, Kohle. Wir müssen mal gucken, was wir mit der ganzen Kohle machen können. Ich glaub, wir können da irgendwelche Schiffe bauen. Und sechs Flaggen. Ja gut, nehm mal. Die Flaggen brauchen wir eh mal für jede Fahrt. Da kriegen wir nämlich mehr Erfahrung. Und mehr Geld. Weißt du, mehr Geld gibt's auch. Nächster. Nächster. Oh, das sieht nach Geld aus. Oha. 150.000. Und, was ist das ein Watten? Löwe. Okay, wir haben eh einen Panda. Das ist ganz klar. Hör auf zu schimpfen. 150.000, äh, Credit Points. Die nehmen wir natürlich gerne. Das machen wir. So, next one. Nochmal Geld. Geld kann man nie genug haben. Okay, 150, ne, 50.000, sechs Flangen und nochmal so ein Säbel, rasseln, Dingens. Piraten-Symbol, das nehmen wir auch gerne. So, jetzt machen wir mal ein Foto von Panda, während er die Maus drückt, damit ihr seht, wie er das Ganze, wie er hier abverarbeitet. Ich halte die Maus fest. Okay, auf geht's. So, ich poste euch das Foto mal kurz auf dem Discord, damit ihr seht, wie hart hier gearbeitet wird. Oh, 50.000, drei Flaggen und 400 Kohle, das ist ja der ultimative Combo-Move. So, Moment, ich poste euch das mal unter, keine Ahnung, Foto-Thread poste ich das. Panda, bei der Arbeit, container, öffnen. So. Panda, du bist auf dem Discord-Server gepostet. Gut. Gut, das können wir wegmachen. So, nächster. 38 noch. Und wieder Geld. Geld können wir immer brauchen. Oh, das sind 100.000 und 400 Kohle, sehr nice. Jetzt haben wir dann schon, keine Ahnung, sind schon bestimmt bei 300.000 oder 400.000. Das nehmen wir gerne mit. So, 36 nur noch. Geld. Geld, Geld ist immer gut. 50.000, drei Flaggen, 400 Kohle, Mike, Yankee, Soxie, Six. Okay. Was auch immer das ist, wir können es immer brauchen. Wir nehmen alles, Leute, wir nehmen alles. 8 Flaggen und 400 Kohle. Das ist gut. Okay, weiter geht's. 35 Container noch. Trinken Marsch, Deadman, kriegst du. Das sind Flaggen. Spaß mit Flaggen. 8 Flaggen und 500 Erfahrungspunkte nehmen wir. Sehr gut. Weiter geht's. Operation wird durchgeführt, Stunt Guard dran. Oh, Kohle und 8 Flaggen. Mike, Yankee, Soxix, Soxie Six und Zulu. Next. 33 noch. Wir sind gleich durch, Leute. 8 Flaggen und zwar India Delta und Victor Lima und 500 Erfahrungspunkte nehmen wir auch mit. Oh, eine Latte oder Milchshack. Was meinst du mit Deadman zum Trinken? Was? Nein, ein verrutscht. Was verrutscht? Nichts verrutscht. Weiter geht's. So, nochmal Flaggen. Nice. 8 Flaggen und 2 Lackierungen. Die Lackierungen, die nehmen wir gerne mit. Die brauchen wir. Für die Schiffe. Da kriegen wir, also, Lackierungen sind eigentlich fast besser noch wie Flaggen. Weiter geht's. Weil mit den Lackierungen kriegst du noch mehr positive Points. So, neue Flaggen. Oh, 12 Flaggen. Sierra Mike, November Fox Trot und Mike Yankee, Soxie Six. Next. Okay. Nochmal 12, Sierra Mike, Sulu Hotel, Juliet, Charlie. Nice. Flaggen sind gut. Spaß mit Flaggen. Weiter geht's. Ja, da kommen jetzt noch einige Flaggen, da kannst du dich drauf vorbereiten. Hey, Mr. Ghani, eine wunderschöne, wie geht's dir stets? Herzlich willkommen zum Container Unboxing. Nochmal 12 Flaggen. Sulu Hotel India, Yankee, Equals Speed Charlie London. Nehmen wir. Wir wissen ja gar nicht, was gibt's Neues. Wie war's Wochenende? Und nochmal Flaggen, und zwar 8 Flaggen und 400 Kohle. Die Kohle können wir auch gut brauchen. Gefechtssignale, Judy Yankee, Biso Tung. Sagt mir alles nix, aber wir nehmen alles, was kommt. So, nochmal Flaggen, 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 8 Flaggen, nee, 12 Flaggen sogar. India X-Ray, ich glaub, die India X-Ray sind ziemlich gut. Wenn ich mich recht erinnere. Die haben sehr, sehr viele Pluspunkte während den Schlachten für uns. So, nochmal 12 Flaggen. Die Juliet Yankee, Biso Tung, keine Ahnung, was das sein soll. So, weiter geht's. 25 Container noch. Flaggen, 12 Flaggen. Sierra Mike, Juliet Whiskey, Una One und Juliet Charlie. Jetzt hat man jetzt nix. Oh, hinzufügende Erkennungsmarke, Siebeneck haben wir bekommen. Okay, das ist nice. Mal gucken, ob uns das gefällt. Weiter geht's. Vielleicht gar nicht schlecht. Hier, wieder 12 Flaggen, November Echo, Sete Seven. Das ist auch wieder irgendwas. Und in der Delta, die sind, glaube ich, auch ziemlich gut. Weiter geht's. Du brauchst nicht, das weißt du ganz genau, dass Großteil Flaggen sind. Kleine Panda hier. Wieder Flaggen, sagt er. Acht Flaggen. Oh, diesmal gab es den Hasen, Kaninchen, Torpedo. Ja, so ein Kaninchen, Torpedo ist ganz nice. Weiter geht's. Und 400 Kohle, das ist immer gut. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieben. Ich dachte, ich schau mal ganz gut an, bevor ich gleich ins Bett muss. Und lass mal ein liebe Grüße. Danke dir, Mystic. Liebe Grüße auch zurück zu dir. Und wieder 12 Flaggen. Nice. Liebe Grüße zurück an dich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, hattest ein schönes Wochenende. Größtenteils zumindest. Ich habe heute schon gelesen im Discord, war nicht so einfach. Weiter geht's. 21 Container noch. Flaggen. 12 Flaggen. Und ein neues Abzeichen. Sehr geil. Du musst dir mal aussehen, wer dir am besten dann gefällt, Partner. So, nächster. Schild Hintergrund. Als Schild. Oh, jetzt kommt er rück. Der Hinterfuß. Das geht aber nicht. Doch, geht auch. Oh, jetzt kommt Überraschungskiste. Überraschungskiste. 750 Freierfahrungspunkte. Und ein rotes Siebeneck. Das schaut geil aus. Müssen wir gucken. Vielleicht wechseln wir das ein. Panner. So, nächstes. Der Hinterfuß bringt vielleicht doch Glück. Hau rein. Wieder Überraschungskiste und Flaggen. Und ein rotes Schild als Hintergrund. Auch nice. Müssen wir schauen, was uns am besten gefällt. Was zu dem Panda-Symbol passt. der war schnell und kurz entschlossen. So, wieder Flaggen. Vier Flaggen. Okay, das war, da ist jetzt ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich. Oh, jetzt übertreibt er das. Jetzt tut er mit seinem Panda-Schwänzchen schon öffnen, weil er denkt, dass er noch mehr Glück bringt. Was hat er? Oh, Lackierung in zwei Tarnfarbungen und Typ 5. Das sagt mir zwar nicht genau, was das bedeutet. Ich dachte, früher konnte ich hier nachgucken, welche Attribute das sind, aber schauen wir mal. Weiter geht's. War ganz okay. Die ganze Woche war schon nicht so toll, weil man mit einem ungeschickten Unfall ins Krankenhaus musste und ziemlich viel Theater. Viel Erfolg und gute Besserung hier auf jeden Fall. Weiter geht's. Ganz freutig mit dem Schwänzchen. 15 Container nach dem noch. Und, oh, freie Erfahrung, die nehmen wir gerne. Können wir brauchen für neue Weiterentwicklungen und Schiffe. Uns geht's gut. Danke dir, der Nachfrei-Müstik. Ich hoffe, allen anderen natürlich im Chat auch. Ich hoffe, allen anderen geht's natürlich auch gut. Weiter geht's. 15 Container noch. Weiter geht's. Weiter geht's. Und, und. Kohlen. 900? Uff. 900 Kohle ist gut. Neh mal. Neh mal. weiter geht's. Überraschungspaket und Flaggen. Student Whisky Una One. Haben wir vorhin schon welche bekommen, aber nehmen wir trotzdem. Brauchen wir ja für die ganzen Einsätze. Registriert momentan ist es noch nicht so. Okay, verstehe. Ja, doof. Dann, aber trotzdem. in Gedanken zumindest. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Krabben weichen nicht zurück. Ein Krabben-Symbol hast du. Naja, da schaut er komisch und lacht. Naja, du brauchst keine Angst haben vor Krabben. Zum Essen da, Weißpanda. Ein Spaß zum Züchten natürlich nur noch. So, und wieder ein neues Kielbrecher und vier Flaggen. Kielbrecher sagt mir jetzt auch nicht. Kapitäns auf näher. Okay, ja, warum nicht, warum nicht? Warte mal, warte. Ich zeige euch dann auch noch ein Foto, wie er gespannt guckt, was in seinem Container drin war. Okay, auf geht's. Oh, der Twitch-Container und Panna. Wow. Was ist das denn hier? 100 Community-Marken, 5 in der Delta und Prime-Gaming-Tarnungslackierung. Aber die nur ein einziges Mal, oder? Strang von Granaten die Gegner auf das Schiff abfahren. Okay, nice. Die sind nice, ha? Das ist cool. Das poste ich euch auch gleich mal auf dem Discord, wie Panda hier seine Container ja, ja, er ist ungeduldig. Wieso? Warte mal. Äh. Irgendwie hat er jetzt Discord sich hier nicht richtig am Handy gerade geladen. Warte mal. Ihr müsst ihr ja doch das sehen, wie hier gekämpft wird. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. So. Okidoki. Weiter geht's. Container öffnen. Nächster. Zehn Stück nur noch. Nochmal ein Twitch-Container und hier habe ich für dich besorgt, Panda. Wieder eine Twitch-Lackierung. Wieder 100 Community-Marken und 5 in der Delta-Signale. Nice. Nächsten, 9 Container noch. Weiter geht's. Wieder ein Twitch-Container. Sehr nice. Schmeckt, würde ich sagen. Schmeckt. 5 November Fox-Shot und wieder eine Gaming-Lackierung. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Hier nehmen wir alle mit. Oh, jetzt macht er mit der Schnauze schon auf. Oh, was ist das denn? WG Wargaming. 24 Stunden Premium und 6 Lackierung und dafür so eine große Kiste. Na gut. Lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, du jetzt hast verschoben mit deinem ganzen Hintern. Du brauchst gar nicht zu gucken. Dein Hintern ist nicht zu übersehen. Panda. So, Container. Nur noch 6 jetzt. Wieder Wargaming-Container. Die sehen schon geil aus, oder? Nochmal 24 Stunden, nochmal 6 Flangen. Also ich finde, die Container sehen vielversprechender aus. als der Inhalt ist. Ja, 24 Stunden brauche ich eben Platz. Ja, wir hatten vorhin 14 Tage. Und wenn man das mal so hochrechnet, dann wird das ja gar nicht auf dem Bildschirm passen. Ganz verschweigen von dem Frachtschiff hier. Stream RIP in 3, 2, 1. Wieso das denn? Hä? Sven? Wieso? Was ist los? Hä, wieso? Also, bei mir läuft das Stream. oder? Läuft doch, oder nicht? Läuft bei euch das Stream nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Wer will dich... Was? Stream RIP? Wieso denn? Ne, der Panda steht ja zu deinem Hintern. Zeig mal deinen Hintern. Komm. Dein Prachtarsch. Aber nicht, dass ich dir jetzt gleich einen Bann bekomme, wenn hier ein Panda-Hintern gezeigt wird. Schau dir den Prachtarsch mal an. Ja. Richtiger Prachtarsch. Also, da brauchst du dich nicht schämen dafür. Panda steht zu seinem Hintern, weißt du? Ja, ja, gleich mal gebannt. So, sechs Container, Panda, los. Ja, ja. Guck dir in die Pfote. Wieder ein Wargaming. Das wird wieder sowas sein. Sag ich ja. Da haben wir gleich schon 18 Tage Premium-Account. Aber Flaggen sind gut, die nehmen wir auf jeden Fall. Einen halben Monat Premium, ja. So, weiter, los. Wann kommen die Supercontainer? Oh, jetzt müssen die Supercontainer bald kommen, Panda. Und, ich sag ja, Premium und sechs Flangen. Das ist genau die gleiche, die wir jetzt schon mal geöffnet haben. So, nächster, kann nur noch besser werden. Hoffentlich. Hoffentlich habe ich nichts Falsches gesagt. Oh, oh. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Nochmal, komm. Jetzt in die Pfoten spucken müssen, Panda. Oh, Supercontainer. Oh, oh. Was ist das denn? Fünfmal Drachen Spezialsignal. Müssen wir uns mal angucken, was das ist. Aber das schaut cool aus, finde ich. Oder? Leute, das schaut cool aus. Warte mal. Moment da mal, Moment da mal. Aber ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass irgendwas anderes rauskommt. Aber gut, zwei Container haben wir noch. Jetzt aber ordentlich in den Pfoten spucken, Panda. Auf geht's. Ja, du musst nicht auf den kleinen Knopf, sondern auf den großen drauf drücken. So. Nochmal ein Supercontainer. Und, und, und. Fünfmal Leviathan Spezialsignale. Die müssen wir uns halt angucken, was das ist. Drache und Leviathan müssen wir uns merken. So, letzter Container, Panda. Ich hab dir gesagt, jetzt kann nicht jedes Mal in den Schiff rauskommen. Du hattest die letzte Male einfach zu viel Glück. Nicht enttäuscht sein. So, ab geht's. Schwänzchen, Power, und. Was ist das? Dreimal Mondkriegertarnungen. Erkennbarkeit zu Wasser minus drei, plus vier Streuung von Granaten, die gehen auf das Schiff abfeuern. EP, Gefecht plus 100, Kapitänserfahrungspunkte plus 75% und Freierfahrungspunkte plus 50%. Hast trotzdem super gemacht, kleiner Panda. Und da gibt's nur eins, noch mehr Container sammeln. Umso mehr Container, umso bessere Quote. Und umso mehr Schiffe kann man gewinnen. Nicht traurig sein, kleiner Panda, dass es dieses Mal kein Schiff gab. Naja, auf jeden Fall war das jetzt zumindest schon mal das Unboxing. Hier, während uns der Tornado hier um die Ohren weht. Aber ich fand's trotzdem cool. Also, kann man trotzdem machen. bin ich, kann man trotzdem machen. Gut, ja Leute, dann wer mitspielen will, kann sich gerne im Discord einfinden. Und dann würde ich sagen, zock mal eine Runde. Dann geben wir richtig Gas. Wir geben richtig Gas und geben richtig hier einen auf. Moment, ich muss hier noch kurz meinen Discord einstellen. Ihr zerpasst's. Hallo Paul, Grüße. Na, was geht? Ja, richtig, richtig. Dito. Dito. War richtig nice. Ja. Das Rennen war sehr schön. Naja, dann, äh, dann lad mal ein. Ja, Sven. Moment, Moment, da mal, Moment, da mal. So, einmal. und wo bist du? Na gut, na gut. Sven, kommst du in Discord oder bist du ohne Discord mit am Start? Ja, dann machen wir Koop-Gefecht. Ich weiß jetzt nicht, was Paul für ein Schiff hat. Naja, dann wird's Zeit, dass du mal dich ein bisschen hocharbeitest hier. Verstehst? Ja, das zählt nicht, das zählt nicht. Weißt du? Wer ist denn da? Ja. Servus. Der Urlauber. Ja, das kann man machen, oder? Unge. Den, den. Oh, shit. Na toll. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Es war jetzt nicht das, nicht das beste Wetter, gell? Ja, ja, es ist immer noch, klar. Aber trotzdem, es ist besser wie, wie, gut, jetzt hier ist es natürlich auch richtig schön. Äh, Froggy Frogson bist du, oder? Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie kalt es bei uns gerade ist, ehrlich gesagt. Warte, ich kann es dir sagen, 7,6 Grad momentan. Ja. Äh, Sven, wo siehst du das, die Visionseinladung? Ah, okay. So, gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, Paul, nimmst du mal dein bestes Schiff und wir passen es dann einfach an. Ja, das von der, mit der höchsten Stufe am besten. What? Tier 3? Moment. Ja, dann nehme ich meinen, hier meinen, meinen Zerstörer. Meine V-170. Kannst du auch einen Vierer nehmen, wenn du möchtest. Vierer geht auch. Wieso hast du keine Uni, oder? Ah, okay, das ist ja dann entspannt. Relativ. Ekelhaft, ekelhaft. Sven, hast du eins gefunden? Ah, nice. Heißruhe ist unterwegs. Gut. Ähm, ja gut, äh, zumindest zwei Wochen daheim, äh, zwei Tage in der Woche daheim bleiben, ist doch auch okay, oder? Okay. Okay. Nicht so wie ich sechs Tage arbeiten, einen Tag daheim, oder? Ja. Naja. Was? Das ist doch anstrengend. Das ist, äh, physikal, eine psychische Vorbereitung, darauf wieder heimzufliegen. Und dann wieder ins Kalte gestoßen zu werden, wobei es ging eigentlich echt. Ich kann mich ja über die Temperatur gar nicht mehr bescheren. Das ist ja, soweit eigentlich ganz gut. Kurze Taktik, ich würde alle Mann auf Gefechtsstationen. Hm. Ich soll mal auf Alpha rüber gehen. Ich werde erstmal da in die Mitte was reinschmeißen. Maschinenboost aktiviert. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Echt? Wie? Ja, gut. Das, was halt danach kommt, wird dann halt erst viel besser. Gut. Bayern, stimmt. Da bin ich ja. Ja, ja. Das ist schon peinlich. Aber du musst ja kaufen, damit du weiterkommst. Ja, ja. Aber später wird dann, wenn du meine Bismarck oder sowas hast, das wird halt dann krank. Das ist halt dann krank gut einfach. Wieso Valorant? Wie kommt es auf Valorant? Okay. Hi. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ah, okay Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet Es ist einfach, den zu treffen Gegen Bots gerade Das ist jetzt nur ein ganz normales Koop Das zum Einspiel mal wieder Sehr schön Mit dem Mausrad vielleicht Also ich hätte hier auch Nebel gelegt Wenn jemand möchte Passwool Nebelwand gelegt Nicht immer alles Mathematik Mensch, Müslig, vielen lieben Dank für deinen Support Danke dir für 50 Piddis Vielen Dank Mit der linken Shift-Taste Kommst du in die Gefechtsansicht Scheiße Jetzt ist er hinterm Berg verschwunden Ja, auf die Seite Ah, gut Torpedis auf Steuerbord Torpedis auf Steuerbord Okay Musst du wieder allein lassen Pünfer ist wie auf dem Federkrank Wünsche euch auch noch ganz viel Spaß Eine gute Nacht Schlaf gut und schönen Traum Danke dir Müslig fürs Dasein Und ja, dir dann auf jeden Fall Schon mal eine erfolgreiche Woche Mach's gut Schlaf gut Und bis hoffentlich ganz bald wieder Mach's gut Keine Ahnung Die bleibt da irgendwie stehen Und lässt sich hier von uns Richtig schön abschließen Und schön penetrieren Oh, aber Die ist hier auch ein bisschen kritisch Torpedis auf Steuerbord Okay, ich glaub die ist da Alter Die ist halt echt mein Torpedus Größtenteils ausgewichen Ja, ja, berühmlich Wenn man da nur eine Kugel entdecken ist Oder wie Sehr gut, sehr gut Ich hab halt echt schon Drei Schiffe Gerade den letzten Schuss verpasst Das ist halt echt bitter Du hast eins umgebracht, ja Und Sven, der kommt jetzt richtig breitseitig hier Feuern sie nicht auf ihre Verbündeten Feuern sie nicht auf ihre Verbündeten Ja Ne, ich weiß ich gar nicht ehrlich gesagt Ich glaub nicht Ich glaub dafür ist kein Schaden Also ein Dachschaden Hehehe So Eine Kohlberg noch Die Kohlberg ist aber ein richtig cooles Schiff Ich find Weil die total schnelles Feuer hat Also die Schussfrequenz ist unglaublich hoch bei der Kohlberg Ja Ja Ja, wenn er zu dicht dahinter ist nicht Ne Ach schade Dann hätte ich gern noch ein paar Eis sag ich mal 40.000 Schaden Und 33.000 erhalten Ach Leute Warum sagt ihr mir im Chat eigentlich nicht, dass ihr die zwei anderen Zipfis nicht hört? Ja, ihr könnt ruhig was sagen, dass ihr die nicht hört Aber da sieht man mal wie aufmerksam ihr seid Danke Hass Echt? Hass geht raus Also wirklich Es gibt doch nichts besseres als über einen kräftigen Schluck Wasser Water? Doch Äh, Frucht Äh, Frucht Äh, wie heißt das? Smoothie Aber die haben wir jetzt noch ein bisschen gepimpt mit äh, mit ähm Blutorangensirup Boah, auf so einen leckeren Cocktail hätte ich auch mal wieder Bock Weil die Früchte nach nichts geschmeckt haben Das sind die tiefgefrorenen Früchte, die taugen nicht Es gab letztens bei uns im Aldi oder, oder was Rewe Angebote von, also einer, weiß ich will jetzt eigentlich gar nicht Werbung machen Von einer Marke, da haben wir uns ordentlich eingedeckt mit Smoothies Und im Kühlschrank stehen jetzt locker mindestens 10 Stück Echt? Echt? Ja Okay Naja, frisch gemacht sind sie immer noch am besten eigentlich, oder? Ja Also in Mexiko haben sie uns das wirklich immer frisch gemacht wie Smoothie Das war halt schon sehr geil Äh, was machen wir? Charlie oder Bravo? Ich glaube Charlie ist am nächsten dran, oder? Er heizt einfach davon Ja Gleich mal, äh, 34 Knoten 35 36 37 Schnell als 30 Knoten hast du sowieso nicht 38 Knoten habe ich jetzt gerade Ne, ist richtig Die gibt uns, äh, einen Report So eine E-Mail Von Flight Data Monitoring Wird alles gemonitort Ja, 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 ja Aero Warum sind sie denn so schnell getaxied? Was war denn da los? Ich hatte die Bremse nicht gefunden Da musst du im Neo aber demnächst auch aufpassen Dass du da mit den Bremsen häufiger drückst Warum? Weil der ein starkes Idle Thrust hat und der Flieger sofort losrollt, wenn der leicht ist Das macht jeder Flieger Vor allem wenn du Anti-Eis anhast Aber beim Neo soll es besonders sein, habe ich mir sagen lassen Ei, ei, ei Paul Nebelwerfer gestartet Mit den 20 Knoten, die ich habe, fühle ich mich echt langsamer an Gegnerischen Kreuzer gesichtet Bist auch langsam Schneller geht halt nicht Okay Der ist halt echt jedem Torpedo ausgegangen, wie kann denn das sein, echt Gegnerischen Kreuzer entdeckt Aber die Abhändung ist schon ganz ordentlich cool für mich Ja Ich Das mein, oder? Yes, das war meiner, endlich Arschloch, hat der mir den geklaut Ja Klar Maschinenboost deaktiviert Da kommen in dem erstmal ein paar Torpedos rein Was passiert eigentlich, wenn ich in dem Kreis stehen bleibe, in dem du gerade auch bist? Oh shit, irgendwo kommen Torpedos Ach, passiert nichts Ja, dann bist du auch unsichtbar Aber da kommt ein Torpedo, das weißt du Ja, ja, ich Oh nein Er dreht halt voll in den Torpedo rein Dein Zipfel Ja, der Kreis ist aber weg, nur zur Info Unser Team hat die Führung übernommen Und er dreht dafür rein, auch in den Torpedos, auch gut Boah, Torpedos sind halt so stark in dem Spiel Ja, es kommt drauf an, in der geringen Schiffsklasse noch nicht so Natürlich schon gut, aber jetzt auch nicht unschlagbar Gibt es eigentlich auch Torpedos, die One-Shotten können, also Äh, ja, aber Es kommt halt drauf an, auf einen Zerstörer schon, auf einen Schlachtschiff natürlich nicht Aber World of Tanks ist doch so, wenn sie mit Torpedos sind Ja, World of Tanks ist halt, ich finde es unglaublich schwer, World of Tanks Unser Sieg ist in Sicht Und, äh, wie heißt dieses andere Spiel? Es gab noch World of... Of Planes, ja, Airplanes oder sowas Aber das ist nicht gut, oder? Hab ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt Ich weiß auch nicht, ob das so viele Spieler gibt Wollte es aber, hast es vergessen, was, Deadman? Was, Deadman? Dann gab es doch noch so was andere, so ein anderes Spiel Das hatte aber alle drei Sachen, Panzer, Flugzeug, Rundschiff Warthunder, das ist Warthunder, was du meinst Und wie ist das? Hast du das auch schon mal ausprobiert? Hab ich auch noch nicht ausprobiert, nein Torpedos voraus, Achtung Ja Einer trifft Oh, der dürfte down sein Der trifft sich wieder down Oh nein, fahr nicht in mich rein Egal Unser Sieg ist in Sicht Du hast ja gar keinen Schaden von mir bekommen Nee, das haben wir deaktiviert, da kriegst du keinen Schaden Auch wenn wir Friendly Fire machen, gibt es keinen Schaden mehr Haben sie leider rausgenommen Leider Ja, letztendlich kannst du so oft, du willst auf einen draufschießen und es passiert nichts Ja gut, also, ja, macht halt auch wenig Sinn Oh, ich hab dich zufällig abgeschossen Aha, da hinten ist der Sven Ey Sven, schieß auf uns, pass auf Ich fahr gleich in den Reihen Ist eh down Kann man eigentlich theoretisch auch Leute blockieren in dem Spiel mit Schiffen? Jaa Oder wie meinst du es jetzt? Ja, das mal Dass der irgendwie an einem In einer Bucht steht und dass man dann Ich so Dass der dann nicht mehr raus kann Also, nützt dir nix, weil der Baller dich dann einfach weg, wenn du Fläsch hast Kannst ihn zwar blockieren, das ist ja wie wenn du untergehst, blockierst du ja auch das Schiff Aber, so nah kommst du auch nicht ran 50.000 hab ich bekommen, wie schaut's aus? Ich hab gar nicht Er hat ja wieder mal Premium Ja, natürlich, 19 Tage noch Ja, ich hab dann irgendwie festgestellt, ich bräuchte Platz, ach ich öffne die jetzt alle, ach scheiße, Premium, ach verdammt, Urlaub Ja Keine Zeit, sie wegzuspielen Aber Premium heißt dann 50% mehr, mehr Punkte oder wie? Du hast ja immer, du hast ja immer zwei Anzeigen bei der Schadensanzeige und halt die Verdienstanzeigen Du kriegst halt allgemein mehr, äh, Geld sozusagen Okay Die Ausgaben sind glaub ich die gleiche, du kriegst mehr Kapitäns-EP Gehen wir auch rechts unten auf Information, auf I Und unten rechts in der Ecke hast du I Da siehst du ja dein letztes, dein letztes, äh, Gefecht und gehen wir auf den letzten Reiter oben rechts Kreditpunkte und EP Okay Oben rechts auf den rechten Reiter Äh Ach hier, mit Warship Premium hier Genau, da hast du den Vergleich, was du Ah, okay, okay Also wären es jetzt eigentlich 28, was ich bekommen hätte Okay Genau, und wenn du eins weiter vorgehst, siehst du dann auch die, wer hat ihr Schaden zugefüllt und so Geschichten Andi, wie viele Exchange Credits hast du eigentlich? Exchange Credits, was sind das? Kreditpunkte? Ja Ich hab's auf deutsches Spiel, ich hab 8,8 Millionen momentan Okay Ich hab' ich letzte Woche auch noch Ich hab' gerade 10 Millionen und 268.000 Ja, warum kaufst du dir da nicht mal ein Schiff? High five, Sven Also bei 10 Millionen wirst du locker mal ein Schiff leisten können Also kommt natürlich auf Weil da steht, zum Beispiel wenn ich mir die Phoenix kaufen will, Required Da steht halt oben, Research, 5600 und darunter Required 783 Ah, dir fehlen die, äh, Erfahrungspunkte Aber hast du nicht genug Freierfahrungspunkte? Hm, das weiß ich nicht, also da steht halt rechts von den Credit Punkten, dass ich, äh, 2260 Free XP habe Ja, XP sind ja nicht die, das sind ja die Erfahrungspunkte, die du brauchst Und dann, also im Prinzip musst du dir die Schiffe mit Erfahrungspunkten freischalten Und dann musst du sie kaufen mit Geld, also mit, mit Credit Points Ähm, bei der St. Louis, wenn du auf die St. Louis doppelt drauf klickst Ja Dann schau mal kurz, warte mal, ich muss mal kurz gucken Die St. Louis Geht dann runter auf die Vierer Äh, wenn du bei der St. Louis bist, dann siehst du in der Mitte diesen Rumpf St. Louis A Ja, ja, ja Das musst du kaufen, das nächste musst du kaufen und dann runter auf die 660.000 Da musst du drauf gehen, also diesen Baum musst du erstmal auffüllen Das kannst du direkt schon mal machen Oder du gehst einfach auf das nächste Schiff, dann sag dir mal alle Module vom vorhergehenden Schiff auch mit aufrüsten Das musst du halt mit einkalkulieren Ja Du musst das vorhergehende Schiff voll ausgerüstet haben, um dir das nächste kaufen zu können Zumindest den Stamm, den ich dir jetzt hier gezeigt habe, wenn du über die Rümpfe gehst Dann weißt du, drunter kommst du auf die Phoenix dann drauf So schaut sie mich aus, da drunter Aha, okay, okay Du musst dir das im Prinzip freischalten, das Schiff Aber da fehlen halt leider noch XP-Punkte Ja, dann müssen wir spielen, dass du XP-Punkte kriegst Ganz easy Pdddddindindin Sven, welches Schiff nimmst du? Warte mal Ah, die, oder? Ne, warte, warte, das knallt ein bisschen links durch Ich war gerade beim hin und her schauen Ah Ich nehm wieder die Chaosruhe Ähm, nö Du hast die Bayern Du musst erst auswählen, unten ich muss den hafen zurück haben sie ja gerade auch spiel als division und haben sie ein paar zehner schon wieder zugegeben allerdings ohne kapitän aber wir sind ja keine division wir können auch ein zufallsgefecht machen das gibt mehr erfahrungspunkte ist aber schwerer wenn paul warst du lieber na gut da muss man ein bisschen aufpassen weil das gegen menschen ach so der man das weiß ich was du meinst ja ich glaube ich habe wieder ein paar signale kapitäns ep plus 333 prozent uff ok wünschen gut die flaggen die wir da bekommen haben hydra okay aber die besorgen vielleicht nicht gott ich kann ja sogar mission das ist das das ist viel zu muss er wenig mal weniger leech of legend spielen sondern mal ein bisschen schiffchen fahren hier wenn du mal vorankommst du mit dem auch mal ein klasse 8 schiff oder sowas bekommst ich habe 14 container muss ich mal aufmachen musst du fettes unboxing machen ich mach gleich bildschirmer tragen an dann kannst du es austream aber jetzt geht nicht weil du hast keinen panda der die aufmacht das letzte mal habe ich ein schiff bekommen ein echt gutes sogar ich glaube ein stufe 5 schiff oder so war das ein 8 ah stimmt doch mein lieblings zerstörer ist ein stufe 8 schiff das rechts wenn oha stimmt du hast vollkommen recht das ist auch übrigens pandas lieblings schiff damit gewinnt er immer die ganzen gefechte so leute los geht's let's go oh gegen nur gegen menschen das wird kritisch also ich werde kassieren obacht geben länger leben sag ich mal wo fahren wir hin nach alpha ja liegt irgendwie auf der hand hinten mit gang gut weh die 68 auf geht's leute ich gebe gleich mal mit dem turbo damit wir den nicht schnell einnehmen können ach so leute jetzt mach ich das mal ein bisschen anders ich tu mein bildschirm tatsächlich äh mein kleines äh mein bild tatsächlich woanders hin damit ihr das besser sehen könnt die uhrzeit braucht ihr nicht da oben dann machen wir es doch mal so ich glaube es ist ein bisschen besser oder macht irgendwie mehr sinn so über den wolken genau so machen wir das oha ah scheiße wir haben flugzeuge mein gott muss das denn jetzt sein ja was willst du machen oh oh ich bin entdeckt worden nebelwerfer gestartet ouch oh ich bin schon fast down kritischer maschinenschaden nebelwand gelegt muss doch mal wie der flugzeugträger spielen gegnerischen flugzeugträger gesichtet da hinten da hinten Hermes Hermes Paketjob ja Maschinenboost deaktiviert Torpedos auf Steuerbord Torpedos achteraus Oh Gott es kommen dann diese Torpedos Oh nooo Ich bin weg oder Gegnerischen Zerstörer entdeckt Ja Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt Das ist ein guter Anfall Kritischer Maschinenschaden Problem gelöst Irgendjemand grillt für meinen Nachbarn und das zieht voll in mein Zimmer rein Echt? Geil Okay Okay, ich bin down Von den scheiß Flugzeugen gekillt worden? Ne, aber das kann nicht sein Fährt der eine in den Berg rein? Ja, vielleicht Ja, 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 ja Ich hab noch ein Schiff zerstört Geil Sehr geil Ich hab noch 20.000 Schaden nachdem ich tot war noch umgelegt über meinen Torpedos Okay, Paul Du bist auch gleich down Nein, 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 nein Scheiße, Rechtskurve, Rechtskurve, Paul Ach shit, zu spät Wo ist Sven? Da ist Sven Der hängt gerade am Osserfest Ja Oh, aber auch eine schöne Lackierung, was du hast Muss die, äh, Dings sein Die Valentinstags Ja, das kommt gut hin, ja Ich hab zwei Schiffe zerstört? Nice Hab ich mitbekommen? Ach doch, stimmt Mit Torpedos, die sind ja unterwegs gewesen Das hat doch Sekundärfeuer Cool Ah, lecker war's, sag ich euch Geil, wir gerne eine Fackel haben Wie, was für eine Fackel? Deadman, was für eine Fackel? Achso, also wir zeigen Join in den Chat, sag ich mal, Leute Wir machen mal wieder einen Raffle Zeit wird's Haben wir eh grad Zeit Da muss ich gleich mal wieder 5.000 Panteras ausgeben Ja, das find ich gut, find ich gut Ah, ich hab nur 210 Ich hatte mal 100.000, wovon ich die Hälfte an Andi abgegeben habe Echt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern Ich hab dir mal 150.000 Panteras gegiftet 150.000?! Als du meintest, die Hälfte muss ich aber an Steuern draus rücken Dann hab ich dir, oder hatte ich 300.000 Auf jeden Fall hab ich dir eine hohe Summe an Panteras gegeben Tja, so schnell kann man sein Oha, er gibt mir meine Steuerrückzahlung zurück Ja, das ist wegen Erleichterung, weißt, Steuersenkung Ja, ja Ich danke dir, ich danke dir Ja, 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 sehr gerne Ja, aber ich kann mich erinnern, irgendwas war da mal, ja Aber du hast ja eh grade 2.500 mit Sven zusammen gewonnen Und Sven... Boah, okay, einen... Oh scheiße, 3 Torpedos, von hinten kam auch noch einer Der war bitter Naja, gut Was will man machen? Okay, ich bin wieder am Hafen Exit to Port Yes Ja, aber wieso... Was für fucking meinst du? Du meinst diese Fleisch-Fucking, oder was meinst du? Oha Ah Und gewinnt 125.000 Okay, voll der Reiche... Voll abgehoben, hey Was haben wir denn noch für Schiffe jetzt? Ich hab tatsächlich noch die Kohlberg, die ich einsetzen könnte Da müssen wir an das Finanzamt gleich wieder mal die Hälfte überweisen Hahaha Mehr als die Hälfte, oder? Doch, doch, hey Oh weh Die Hälfte von was? Von 150.000 oder 25.000? Warte, ich glaub das war nicht... Oh man, ich kann grad nicht rechnen 62.500 ist die Hälfte von 125.000 Ach egal, dann ist der Steuersatz halt heute ein bisschen höher Ja, richtig, richtig, für vielverdiener, weißt Jaja So, wie schaut's aus? Habt ihr noch irgendwelche Schiffe? Äh... Vielleicht guck mal... Bei anderen Ländern... Ich könnte ja das Schiff, das ich gewonnen habe, äh fahren Mit der Turbine rumdüsen Ich mach jetzt erstmal ein paar Kisten auf, mal gucken, vielleicht krieg ich ja ein Schiff Ja, dann mach mal, aber flott, mit Doppel T Okay Containers, äh, ich mach gleich Openall Containers Äh, du kriegst, weil wenn du den Stream schaust und Twitch mit deinem, äh, Wargaming Account verknüpft hast, kriegst du auch Drops Ja, ja, ich glaub da hab ich sogar welche Sachen von bekommen Okay, go back to Ports Boah, da müsst ihr heute welche dazugekommen sein Tech Tree Tech Tree Ah, jetzt kann ich, Moment, jetzt kann ich mir die Phoenix kaufen Ah ja, perfekt, dann mach das mal Warte mal, die Phoenix ist eine Stufe 4, glaub ich, gell? Ja Dann können wir 5er fahren, dann könnte ich mit der, mit der Dingens rumfahren, geil Mit meinem Lieblingsschiff Ähm, was Da steht, äh, Basic Training oder Neville Academy Ähm, naja, für das eine musst du ja Duplone zahlen, oder? Ja Also wenn du nur einen Kapitän nimmst, dann macht bitte, äh, äh, hast du einen Kapitän frei, oder musst du einen Kapitän... Ne, der hat keine frei, hat keine frei, weil er hat ja keine Schiffe verkauft bis jetzt Moment, äh, Purchase Warum steht da No Slots Available? Muss ich eins verkaufen, oder was? Wie viele Schiffe hast du denn? Hast du im Hafen, wenn du ganz nach rechts blätterst, hast du da, äh, oder was steht da bei dir? Schiffe und freie Plätze rechts unten? Warte, Profile? Nee Also ganz rechts unten Kannst du das mal im Stream zeigen? Ja, versuche ich dir ja gerade hier Da, wo meine Maus gerade rumsaust Ach, Moment, im Hafen und dann? Hier unten, ganz unten Ach, da steht Null Ah, da muss... Dann verkauf ein Stufe 2 Schiff oder sowas, verkauf sowas Wo warst du das? Nimm vorher den Kapitän raus Vor Ort Den Kapitän vorher in Ruhe, äh, entlassen, sondern in die Bereitschaft, oder wie das hieß Gehst du recht am Ausklick hier auf den Kapitän, der rechts oben da drauf ist, und sagst in Kaserne, oder in die Reserve schicken Der zweite Punkt ist es bei mir Wobei ist eigentlich wurscht, weil dann nimmt er halt einen neuen Kapitän Da kann er das Schiff jetzt ohne Kapitän kaufen, setzt den Kapitän raus und muss bloß so eine gewisse Anzahl an EP erspielen, und dann hat er die Kapitänsfähigkeiten Ja, aber... Da muss er halt nur so umgeschuldet werden, aber... Aber, Sven, ganz ehrlich, ein Stufe 2 Kapitän hat jetzt nicht sonderlich viele Kapitäns-Eigenschaften Moment, was... Ich verstehe gar nicht, wie ich den freistellen kann Da steht halt nur Primäres Schiff, Equipment oder Verkaufen Ach so, ich weiß nicht, ob er noch genug hat Geh mal auf das Schiff selber Ja Hier oben klickt den Kapitän selber an sich an So dass du da... Könntest du die Kapitäns-Fertigkeiten ausstatten Und dann hast du unser sein Bild, hast du in die Reserve schicken Oder... Keine Ahnung, wie es im Englischen dargestellt ist Ja, bei mir heißt es halt in die Reserve schicken, weil ich dir hier gerade... Ach so, du siehst es nicht, weil mein Bild drüber ist Warte Hier Wenn ich hier... Hast du meinen Stream Guard offen, Paul? Ja Ja, ja Hier rechts Auf die Indie Reserve schicken, steht das Ach so, nach rechts geht's hoch Ach so Ich hab noch ein japanisches Level 3 Schiff Kann ich... warte mal Send to Reserve Aber wo hast du so viele... für was... wo hast du so viele Schiffe? Ja, wenn dann Sots unten voll sind Du hast doch am Anfang, kriegst du auch ganz viele Schiffe So... Dann verkauf ich das Level 3 Schiff So... und jetzt... Moment... Hast du kein Level 2 Schiff, das verkaufen kannst Ich hab jetzt ein Phoenix Ich hab jetzt ein Phoenix Ich hab jetzt ein Phoenix Da weiß ich Ähhh... Ah, du bist USA So, jetzt hab ich mir jetzt gekauft Hast du hauptsächlich die Amerikaner? Ja, ja Go to Equipment Und jetzt... Die Airy, die Chester, die Samson Falls du da ist, kannst du alles verkaufen Ja gut, die Samson braucht er noch, um seinen Zerstörerstamm durchzuziehen Wenn er die Biggest schon hat, Paul ist nicht Glaub ich hat er nicht, meins ich nicht Moment, ich habe... die Samson hab ich nicht Ach so, die anderen darfst du die Chester noch nicht verkaufen Aber die Airy kann ich verkaufen Die Airy kannst du verkaufen Die Airy kannst du verkaufen, wenn du die Chester hast So... So... Die St. Louis musst du auch behalten Damit du mit der St. Louis die dann später die St. Carolina links Den Schlachtschiff Freischalten kannst Was hab ich gesagt? Oh, okay South Carolina Ähm... Und äh... Mit der Phoenix kannst du dann runter die Omaha Und von dort kannst du Dallas oder Pensacola Freischalten Dann mach ich mal Equipment Und dann... Kaufe ich erst mal das... Buddy oder das Hall Ne, warte mal, was machst du denn jetzt? Hey Flying Cookie, Servus So... Moment, habe ich das Schiff ausgewählt? Habe ich jetzt... Ah doch Ja, hast du Hast du, ja Kapitän hast du auch, oder? Ah, Moment, stand by Äh... Da steht halt... Steht rechts oben Steht einer... Ja, dann passt schon Welches wärst du jetzt, Sven? Das ist doch nicht für was er sich entscheidet, deswegen habe ich erst mal gebraucht Oh... Damit ich mitgucken kann Was hat er jetzt? Eine 4er Hey, wir haben gesiegt! Yay! 71.000 Kreditpunkte Nice! Das heißt, ich kann ja eine 4er oder 5er nehmen Kannst du nehmen, ja Ich nehme die Omaha jetzt Na, ich werde natürlich mal die reinnehmen Das ist zwar auch bloß eine 4er, aber... Kann ich mal... Bleib ich auch auf 4, vielleicht haben wir dann eine 4er Runde Dann nehme ich mal das neue gewonnene, die Turbine Die Turbine Das ist schon 23.09 Uhr, das fühlt sich gar nicht so an Keine Fertigkeiten gemacht, das ist wurscht Weiter... Ach, scheiße Ah, gut Kann ich dann Alles gut, danke der Nachfrage Bei mir alles bestens Und selber Was treibst du Schönes? Flying Cookie ist ja auch ein richtig witziger Richtig witziger Nickname Du warst schon länger nicht mehr da, oder? Wenn ich mich recht entsinne Du bist schon ein weichen Herr, glaube ich Ich fahre übrigens heute auch das erste Mal die Turbine Ganz neu, ganz frisch Also... Habt Nachsicht Gut Also dann, äh, Paul Gut Schuss Ja, ebenfalls Und ordentlich rasieren Ach, scheiße, ich hab gar nicht meine Flagge hingehängt ans Schiff Verdammt Die Runde ist verloren Ich fühl mich jetzt gegen Spieler Ja Also Obacht geben Äh, wo, wo, wo fahren wir hin? Sollen wir uns links halten? So, auf Bravo 7 oder sowas? Äh, ja, das klingt gut Machen wir ihnen das Leben schwer Machen wir ihnen das Leben schwer Guts, 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 Dax Ach so Ach, okay Der fiese Fettsack ist auch mit am Start Hey, fiese Fettsack Was geht? Na? Ich mag den Nickname Gefällt mir Ich find Schießer Fettsack auch geil Oh Das ist ja wahnsinnig Unglaublich Ich meine, meine, meine Hauptkanone kann einfach mal 5,5 Kilometer schießen Ne, 5 Kilometer nur Meine Hauptkanone nur 5 Kilometer? Ja Ne, 6, ne, warte mal 5,7 Hauptbatterie? Boah, deswegen müssen die mehr sein 5,7 Kilometer Boah, ich hab dir nicht abgeballert Ich hab dir nicht abgeballert Gib mal Vollgas, Macher Ich hab dir nicht abgeballert, ja Boah, ich hab mich schon wieder alle Verteidigungen hier Boah, was flott ist sie 40, 41 Knoten Mit Turbo Äh, wieso schießt du den in den Berg? Maschinenboost deaktiviert Ja, ich hab das Schiff gesehen, hab da Ich kann's vielleicht abballern Ja, wenn vor dir ne Wand ist Macht viel Sinn Gehen wir, auf was gehen wir? Wieso schaffe ich es nur alle über den Flugzeugträger mich abzuknallen Ich treffe nix mit dem Scheißdinger Wir gehen auf die New York würde ich sagen, oder? Ja, versuchen Da komm ich nur noch bei weitem nicht hin Alter, also Hauptbatterie, das kannst du mir komplett Kompletterino vergessen Welche Nation ist dein Schiff noch nie gesehen? Habt lange nicht mehr mal reingeschaut Das ist Italiener Das ist die Turbine Ne, warte mal Doch Italiener ist das, Italien ist das, oder? Ich glaub schon Wir sind Italiener Oh, bin ich jetzt erschrocken? Alter, schrei nicht so ins Mikro Was war das denn? Was war das denn? Bist schon down? Okay Alter, bin ich jetzt grade erschrocken Sorry Oh, ich bin entdeckt worden Nebelwerfer gestartet Sorry Musst mich anpassen mit der Nautstärke, glaub ich Alter, was war das denn? Indy, warum bin ich so geplatzt? Ja, gegen Schlachtpfiff hast du halt keine Chance, Juni Gegnerische Schlachtpfiff entdeckt Drehbelwand gelegt Gegnerischen Kreuzer entdeckt Gegnerischen Kreuzer entdeckt Was ist das denn für ein scheiß Schiff, bitte? Warum fährt der einfach durch meine Tapie das durch? Sauerei Ja, ich bin auch Deckdown Ich bin halt auch Deck Aber da ist noch eine Lopperinze im Leben Nur Frenze Gegnerischen Zerstörer entdeckt Problem gelöst Alter Alter, was ist das denn für ein scheiß Schiff, bitte? Alter Alter, was für eine scheiß Karre das ist Bist du bescheuert? Die ist geisteskrank Die ist ja brutal, wie scheiße das Ding ist Müsste sein mit der SAP Was ist eine SAP? Meinst du mit der Fahne? Oder was meinst du mit SAP? Okay Er meint die Firma Nee, ist das nicht ein Bomb-Typ? Die Firma ist er Ich hab keine Ahnung Aber es ist einfach ein unglaublich schlechtes Schiff Auch wie wendig das Schiff ist, ja? Das ist eine maximale Reichweite 6,5 Kilometer Und es zieht einfach nichts ab Ein HE, gar nichts Ich hab noch nie einmal Schaden gemacht 1.400 Schaden Geschafft Oh, 2.000 inzwischen Ich krieg mit Flugzeugzeuger nichts geschissen Ich hab's versenkt, unfassbar Die kommen bei mir angeflogen, hauen nicht weg Nein, ich bin down Ich bin down Ich bin down Schade, schade Schokolade Ich hab aber ein Schiff Heuchtsmist umgelegt Ich hab eins eingekratzt Wie viel Schaden hast du? Was steht bei dir rechts oben? Ich glaube 693 Yay Das ist mehr als ich hab Echt? Ich hab noch nichts getroffen Aber du hast die Möglichkeit noch was draus zu machen Andi, wie viel hast du bei dir? Bei dir ist halt die Facecam drüber Ah ja, 6.300 Okay Wirklich viel mehr Boah, der Flugzeugträger schaut aber echt cool aus Entschieben So, wieder dran vorbeigefahren Aber Hatten die Nazis im 2. Weltkrieg damals ein Ein, 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 ein Flugzeugträger gehabt? Ne, ne? Der erste Flugzeugträger kam im ersten Weltkrieg auf Der erste Flugzeugträger kam im ersten Weltkrieg auf Der Nebel erzeugt der Tenis Musst du den Zünder Zünden und ran pushen und die Tops direkt aus Nächster Nähe abfallen Okay Aber, den Nebel, den konntest du ja komplett vergessen Der war 20 Sekunden aktiv danach, weil die Kiste ja schon wieder gelaufen In der Zeit kannst du ja gar nicht hin, das ist ja, das ist ja unfassbar Also, also, keine Ahnung Und die Hauptbatterie für 6,5 Kilometer Reichweite, das kannst du ja auch komplett vergessen Und dann, keine Ahnung, 10 Sekunden Nachladezeit, also Dann müssten die Torpedos ja sowas von überlegen sein Aber ich weiß gar nicht Ich kann es nicht mehr nachschauen, wie weit die Reichweite von den Torpedos war Ja, das wird da, um zu pushen oder um zu drehen und abzuhauen Der ist nicht dafür gedacht, um sich drin zu verstecken Ah, okay Verstehe, verstehe, verstehe Ja gut, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht Der fiese Fettsack weiß Bescheid Was meinst du? Neue Möglichkeit, nichts zu treffen Ich habe schon Das Schaden erzeugt Unfassbar Achso, 17.000 habe ich schon Achso, das zeigt ja hier anders an, beim Flugzeugträger alles klar Sven, steuerst du die Flugzeuge selber oder macht er das automatisch? Flugzeuge steuer ich selber, das Schiff fährt automatisch Kann ich den Flugzeugen irgendwie folgen? Ja, du kannst dir die ja angucken Kannst, äh, nimmst du die rechte Umschalttaste, dann kannst du eigentlich... Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen Kannst du auch die linke Umschalttaste nehmen Links und rechts nehmen meine Stärke, ich gebe mich zu Da bin ich Frau Oh Ah, Sven macht hier einen Torpedoangriff Oder sind das Wasserbomben? Sven, 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 Sven macht das mal gut Achso, weil deine Flieger... Ok, deine Flieger sind down, die wurden gerade runtergeholt Ja, das ist halt so Hast du noch welche? Ah, es sind schon welche in der Luft wieder Kannst du da eigentlich auswählen, welche Fliegertypen du da steuern möchtest? Ja, drei Stück Ok Welche die, äh, ähm, Rüpferbomben werfen Welche die, äh, Zielfeuer würde ich jetzt sagen Ja Und welche mit, äh, Torpedos Aber sind Torpedos nicht am effektivsten? Ich hab auch schon gut einen auf die Fresse bekommen mit Aber, achso, jetzt, ja Mein Schiff hat eigentlich gegriffen, das ist doch schön Super Ich würde sagen, die Runde ist eh verloren Da sind wir zwei nicht ganz dran unschuldig, äh, Frau Einfach gleich mal zwei Schiffe rausgenommen werden, ohne dass Schaden ausgeteilt wurde Bei meinem Nebel darf das Schiff ja nicht zu schnell sein Bei dem Itas ist das anders Der Nebel taucht genau so schnell auf, wie du maximal fahren kannst Natürlich, solange du nicht schießt, bist du unsichtbar bis auf zwei oder drei Kilometer und da ist es für den Schlachtschiff schwer, den Tauch zu fahren Ja, dann probier ich das nochmal aus Ja, dann probier ich das nochmal aus Super Torpedos, Torpedos Ja, die treffen Ja, die treffen Hausaufgaben machen Okay, dann nehmen wir die anderen Schiffe wieder Weil die sind ja jetzt erstmal weiter im Einsatz Dann nehme ich jetzt mal die Den anderen Italiener, den Alighieri Geri Oder Alighieri? Keine Ahnung Dante Ich sage einfach Dante dafür Dante Alighieri Äh Alighieri Mach nur das halt Dante ist komisch in Opern? Oder wie war das hier? Ne, Dante war doch hier die Die sieben Kreise zur Hölle Dante? Dante Alighieri war ein italienischer Dichter und Philosoph Verfasste die göttliche Komöde Das bis dahin dominierende Latein und führte das italienische zu einer Literatursprache Ach, ich kann nicht mit derselben Division in einer Runde sein, oder? Doch, du kannst nur nicht das gleiche Schiff jetzt nochmal verwenden Weil das Schiff ist ja jetzt gerade noch in der letzten Runde Äh, wie soll ich sagen? Äh, aktiv Du musst jetzt ein anderes Schiff nehmen Bis die andere Runde beendet wurde Im Hintergrund Verstorcht! Versteht er nicht Der Sven Zu überfordert Ne, nicht der Sven, der Paul meine ich Doch, ich hab jetzt das andere Schiff, äh, hab ich jetzt ausgelegt ist halt so in dd 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 ante gibt es aber auch als fussballspieler das ist richtig er ist 38 und spielt immer noch uff okay wer dante dante ok wo spielt der g nizza o g c nizza ja erste liga das alters heutzutage nicht mehr entscheidende faktor das ist richtig oder immer noch eine millionen mark wird der hat sogar bei münchen gespielt volksburg guck dir ronaldo an sage ich ja gut aber der bringt ja jetzt keine leistungen mehr oder aber so hat einen kleinen disput mit seinem trainer was den ego angeht kann ich gar nicht nachvollziehen auf dem platz ist noch ein arschloch ansonsten ist er wohl ein sehr leder mensch aber ich bin nicht ins museum gegangen wegen ihm der war der in funcay schon im museum hat der ist da geboren der flug habe sogar nach ihm benannt christian aber seine letzten so 5 scores die sind relativ schlecht die mannschaft nicht auf ihn ausgerichtet ist gerade in die runde reinklicken hat nicht geklappt hä wie meinst du das fett sack gleichzeitig runde gleichzeitig starten meinst du ja ich verstehe äh wo fahren wir denn hin äh also im idealfall auf die andere seite dann machen wir das halt so ich weiß nicht eigentlich sekundär flackmann 13 km hauptpartie wahnsinn ja meine hat 14,6 sogar das ist meine jokia schlecht dagegen die hat nur 32.000 hast du denn eigentlich molke molke was ist das denn für ein schiff macht er hab keine ahnung das war gerade was in der kategorie auswählbar eins von den dingern die langsam ihre geschütze laden also es ist ja Schlachtschiff Schlachtschiff wollt ihr da wirklich in die mitte reinfahren ok nein das will ich nicht aus zu spät zum wenden ok molke ist ein deutscher Schlachter ok hat gerade ladezeiten so 28 sekunden pro ich kann mich nicht mal löschen ich hab den noch nicht mal ausgestattet stelle ich fest da ist noch nicht mal irgendeine modifikation drauf den hab ich nur ok ich geh jetzt mal hinten auf die könig glaube ich ich bin jetzt offensichtlich noch gar nicht gefallen burn baby burn der ist neuland ja der schießt torpedos und schau mal was die sap munition kann ob die trifft oder was die macht gar nicht so schlecht dieser fahrzeug kannst du die sap empfehlen oder eher weniger die sieht geil aus rote geschüsse aber sie ist echt also hier mal nicht durchgeschlagen bringt also nix ach so ja weil ich gerade auf dem schlachtschiff schießen super besonders effektiv als wann es ab dem munition besser als die he gegen schlachtschiffe aus der ap hae fackelt an wirklich der marsch schießen alle besser als ich 5400 schaden bis jetzt viel schlechter geht nicht ich habe gerade in 2300 schaden bekommen mit einer gefühlt so bei der yoko bei der yoko kriege ich schon mal schön massiv schaden da frage ich mich immer wie schaffen die das denn genau die schwachstelle zu treffen wenn auch die zitadelle und gut ist naja also so einfach ist das dann auch nicht also naja ich meine ja die treffen dann immer richtig gut das ist bei der yoko irgendwie gefühlt ist das standard ich hoffe wir sind mir das ding schon mit voller Leute weggerotzt haben auf die alighieri die dreht nach links wird beschossen gegnerischen zerstörer gesichtet und fünf abgeschossen geschossen außen schaden quasi ich würde sagen das ist schlecht richtig penetriert jetzt gegnerischen kreuz entdeckt fordere unterstützung an das ist das ist das ist das ist das ist Unser Team hat die Führung übernommen. Die Taranto da hinten, die nervt. Dann lass sie wegmachen. Die andere hat jemand umgebracht, das ist schon mal gut. Oh Gott, die steht da ja hinterm Berg. Ja, da kommst du halt auch nicht hin. Richtig fies. Und den Kaiser kann ich auch nicht wegmachen. HP immer, wenn man auf die Breitseite schießen kann, sagt er. Der Fettsack. Auf die Kaiser, da ist das Ding davor. Jetzt ist sie gerade wieder sichtbar geworden, links. Nur nur kurz. Meine AP dauert zu lange, um zu laden. Die steht komplett hinter der Insel drin. Nicht schlecht, wie er das macht. So, mal gucken. Da kommt gerade eine Hawkins. Ja, da gebe ich jetzt mal noch eine Breitseite hier. Oh, guck mal, wir sind getroffen. Ich bin begeistert. Nein. Er bremst einfach ab. Warte, sind wir mal 5.000 Schaden. Mit einer Salve. Andi, wo bist du? Oh, du bist hinter mir. Hinter dir. Warum drehst du ab? Weil da in der Mitte noch die Hawkins rauskommen und der werde ich nochmal versuchen, nochmal noch einen kleinen Penetrationsschuss mit. Die Breitseiteite zu geben. Ah, die dreht schon wieder. Die letzten Radarsichtung und so weiter ist eigentlich nur zwei Schiffe da in der hinteren Zone. Also für die flotten Schiffe wäre es eigentlich cool, da mal hinzustoßen und zu gucken. Aber da hinten kommt die Kaiser noch raus. Die geht auch auf mich. Die Kaiser geht ja aber gerade raus. Keine Eier da hinten rum, ist okay. So, die Hawkins ist gleich weg. Jawohl. So, die Kaiser. Unser Sieg ist in Sicht. Ich komme mich nicht hin, die ist zu weit weg. Würde die St. Louis, also, äh, Paul, könntest du vielleicht versuchen, mal in die gegnerische Zone reinzurutschen? Ja, Paul, das wären die Koordinaten von... Delta 7. Das, was da großrot auf dem Kreis ist. Das ist nicht in der Zone. Ich versuche da jetzt mal reinzufahren. Weil da hinten dürfte zwar noch eine Reihen rumspringen, aber die Kaiser ist gerade raus. Ah, die Reine ist gerade gepinkt. Auf Delta 8. Ja. Versuche eher über Delta 6 reinzufahren, damit du nicht ganz in die Reihen reinfährst, in die Sekundärbewaffnung, aber... Die Kaiser muss halt auch passen, weil die ist halt schon... Kann schon auch wehtun. Oh, ich hab das. Wenn sie mal trifft. Achso, ich kann mich hier... Ah, nee, reprägen kann ich ihn hier. Leider ein armes Schilfchen. Ich fahre auch leider nur 20 Knoten, das ist halt... Was? Hochplus? Könnte ich da bis ein bisschen nach. 22 Knoten. Okay, mit 28 Knoten schneller. Verlade ich jetzt nochmal die SAP, weil da Kreuze unterwegs sind. Die Kukologi, die versteckt sich hinter der Insel. Die hat abgebremst, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Wie machen die in dem Spiel DDs oder sowas? Das sind halt welche, die... Äh, DDs sind die Zerstörer. Die Dreiecke. Gegnerischen Kreuze entdeckt. So. Bitte warten, die werden geladen. 7000 mit einem Schuss, das ist auch nicht schlecht. Wollen wir machen. So, jetzt müssen wir spätestens jetzt die Kaiser wissen, dass ich da bin. Ah, die Kaiser ist weg. Gut, super. Die kann auch Nebel werfen. Okay. Was war denn das für ein Schuss, bitte? Gegnerischen Kreuze gesichtet. Dann fassen wir gewollt. Deine Schütze sind doch auch besorgen. Absolut, ich sag's dir, hey. Die werden jetzt auf Wasser und... Ja, nee, nee, die werden jetzt auf Wasser und Brot gesetzt. Das sag ich dir aber. Oh, der hat gesessen. Es gibt das Stichwort Pech im Spiel Glück gelieb. Nur bin ich in der Ausnahme. Ich hab in beiden Sachen Pech. Ach, geht doch. So schlimm kann's gar nicht sein, der hier wurde. Was macht ihr da hinten eigentlich? Außer das feindliche Gebiet einnehmen. Ja, ich hab mal das feindliche Gebiet einnehmen. Ich würd ein bisschen oberstützen hier. Komm nicht hin, du bist zu weit weg. Scheiße. Geht mir eh nicht mit meinen 13. Ach, da ist er wieder. Ah, da komm ich auch nicht hin. 8c fix. Schiff versenkt mal anders. Genau, Veritas. So schaut's aus. Das heißt ja, Schiffchen versenken, weißt du? Hier rein, da komm ich auch nicht drauf. Die sind dann im Berg. Meine Kanonen, bitte, ich will draufhauen. Wie seh ich denn? Ich hab die Tränen. Boah, ich find die Tasten manchmal. Wieso visiert er denn sie nicht an? Ich check's nicht. Komm, treff bitte. Och nein. Komm mit daneben. Jetzt hat er sie an, wie sie jetzt sehr gut. Probieren wir's mal. Ah, der ist flott. Der ist flott. Scheiße. Ich muss jetzt bloß überleben. Ich kann mich nicht mehr heilen. Wir müssen jetzt beide bloß hier drin bleiben. Dann haben wir gewonnen. Noch 10 Sekunden oder so. 5 Sekunden, 4. Oh, dann dürfen wir's auch noch überhauen. Sehr schön. Sehr schön. Gute Runde, gute Runde. Was machen Sachen? Was mag ich denn sagen? Ja, war nicht so schlecht. Wieviel habt ihr bekommen? 38.000 und übrig geblieben sind, glaube ich, 20. Nach Abzug aller Kosten, 31.000 übrig geblieben. So, ohne Premium hätt ich Simna 40 bekommen. Ausgegeben 11. Also bleiben 36 übrig, Pi mal Daumen. So, jetzt muss ich mal kurz das Schiff mal angucken überhaupt hier. Aber die ist schon sehr nice. Die Alighieri. Ich hab viele Flaggen. Ich weiß nicht, welche ich dran packen soll. Da gibt's einen ganz einfachen Trick. Geh auf Äußeres. Geh auf Signale. Und dann gibt's rechts oben empfohlene Signale anbringen. Das kannst du machen. Da werden einfach die besten Signale angebracht, die zu dem Schiff passen. Und fertig. Du brauchst dich um nix kümmern. Okay, okay, gut. Easy. Und noch 25.000 für das Scheiße. Bist du jetzt wieder mit der Phoenix unterwegs, oder? Äh, setz... Ah, stopp. Warte mal. Dann muss ich noch mal was ändern. Die Mount Orr und dann Phoenix. Dann... Zeig dir gleich mal das nächste Schiff, was du dann haben kannst. Die Omaha. Mein absolutes Lieblingsschiff in dem Spiel. Okay. Das ist das nächste dann. Das ist der nächste Kreuzer, der Stufe 5 Kreuzer. Du hast den 4er und ich hab den 5er. Einfach richtig, richtig nice. Und dann ganz unten Tier 10 Cruiser. Sagst du das Spiel bei dir eigentlich auf Englisch? Weil mein PC ja auf Englisch eingestellt ist. Das ändert nix an meiner Frage. Warum? Weil ich weiß nicht, warum ich das auf Englisch hab. Ich glaub, der hat das damals übernommen. Ja, kannst du ja einfach auf Deutsch umstellen, oder? Das wär eigentlich... Das wär eigentlich wurscht, ob das Deutsch... Ne, wenn wir über irgendwelche Optionen reden, findest du sie nicht, weil wir sie halt auf Deutsch haben. Äh... Achso, ich seh's ja. Die 5er. Äh... Was haben wir denn in der 5er da? Wir haben mal wieder den Indoor-Spielen hier. Schon mal ausgestattet. Gleichfalls Indoor-Spiel. Man nennt's nicht Chinesen im Spiel. Man nennt's Pan-Asiatisch. Welches Schiff soll ich als nächstes freisch halten? Die Samson, sagst du? Ne, mach die Omaha. Die kommt nach der Phoenix. Und nach der Omaha? Das kannst du dir dann überlegen, welches dir mehr taugt. Kommt auch an, welche Linie du machen willst. Wirst du eher auf die Worcester oder willst du auf die Desmonés? Wie man die auch immer ausspricht. Dem... Demoar. Demoar. Ne, dann wär glaub ich kein S hinten dran. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fieser-Fetzag, welche Linie ist besser? Die rechte oder die linke? Die ist wirklich toll, aber aua ja, man muss einfach schnell sein. Den Namen hast du gerade. Was meinst du? Der Nase-Pensi-Cola-Reich. Den Namen hast du jetzt gerade den aussprechen können? Ganz unten, der Desmonés oder was? Kann ich mehr gucken. Demonee. Du bist hier rechts weitergegangen und hast es bereut oder nicht. Ich spreche über die Pepsi. Pepsi-Cola. Ich komme mit den schweren Schiffen nicht zurecht. Also irgendwie die... Die Schlachtschiffe meinst. Ja, da musst du ziemlich gut ziehen, weil die Ladezeiten sind echt... Ja, das Blöde ist, wenn du da keine guten Kapitäne hast... Oh, die haben solche Streuschüsse, das ist so zum Kotzen. Dann wartest du eine Minute... Ja, eben, da wartest du eine Minute im blödsten Fall und dann treffen sie nicht. Wo du eigentlich drinnen wärst. Einer ist deiner stärksten Schiffe, die Desmoné. Du bist von den Forschungsschiffen. Okay. Wo ist jetzt die Zehner? Ja. Zustür. So. Das Laiga Ten of Ten. Will da keiner mehr mitspielen oder was ist da los? Es ist schon spät in der Nacht. Und ganz schön lange hier. Die Watch ist das halt eine HE-Spam-Maschine, die Baller quasi durchgehen. Oh, das ist natürlich nice. Spür nicht in unserer Runde. Besser ist das, glaube ich, fieser Fettsack. Weil entweder wirst du A verlieren oder B uns platt machen. Beides keine guten Optionen, wie ich finde. Ah, jetzt hat er was gefunden. Mistu oder so. Auf geht's, würde ich sagen. Was kann eigentlich, wenn ich auf T drücke? Das sind so Kopfhörer und dann... Ja, das ist Echolot. Damit kannst du auf andere Schiffe oben. Genau, da erkennst du ja Torpedos und so'n Zeug schneller, weißt du. Äh, wo fahren wir hin? Ich frage ihn. Wenn wir schlafen auf die andere Seite. Geradeaus, oder wie? Nee. Meinst du, so verrückt mal im Dreier gespannt, geradeaus zu fahren? Können wir mal versuchen. Ja. Hä? U-Boote? Es gibt U-Boote, Leute. Ach nö. Leute, wisst ihr, wie man zu U-Booten kommt? Hüte direkt Torpedos und Schiffe in einem bestimmten Rando ist auf. Ja, richtig. Ist schwer von B aus. Aha, Flying Cookie, ich glaube auch. Wie krieg ich jetzt dieses blöde Ding jetzt weg hier? Was hast du denn da Schönes? Jetzt ist der Text weg, weißt du. Richtiges U-Boot. Right up the center. Ja. Verstanden. Alle mal F4 drücken. Hey, ich will das andere haben. Warte, muss spät. Rücken. Verleert hast du. Pass auf B. So. Und dann? Links unten. Was mit den kurvischen Zeichen? Ach so, auf F12. Ach so. Ich wurde entdeckt, oh mein Gott. Von wem? Ich werde beschossen. Alle Stationen, Feuer, ob das ist bestanden. Aha. Ich glaube, mir ist keine Option. Feueralarm. Gehen wir nach Backbone weg. Problem gelöst. Feuer, ich habe ein Schiff getroffen. Super. Alter, gegen was für Klassen? Wieso fahren wir gegen Klasse 7, bitte? Klasse 4 gegen Klasse 7? Was ist denn das bitte für ein scheiß Game-Making, bitte? Alter, was war denn das? Ach so, das war ein... Hä? Ich sage, der Macher. Ach so, okay. Ich wurde gerade... Hat ja keiner gesagt, dass das Spiel fair sein soll. Okay. Torpedos auf Backbone. Oh oh, da kommen Torpedos. Torpedos. Die haben mich glaube ich nicht mehr erfüllt. Die rotzen mich vorher weg. Torpedos auf Backbone. Ja. Torpedos, achte aus! Ja. Ich muss mich jetzt vielleicht mal ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Oh, ja. Brauen oder was? Wie kann ich die... Wie ziehe ich mit Torpedos? Wie soll man das erklären, bitte? Torpedos ist meistens auch noch frei. Aber ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Ich hab... Ja, ich bin da und... Okay, das war jetzt... Also die Runde, die war jetzt erstmal gar nichts, weil ich hab irgendwie mich gerade komplett über dieses scheiß U-Boot hier abgefuckt und mich komplett rausbringen lassen. Aber egal. Was sowas. Jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist. Was ich dir schon nochmal sagen wollte, ist... Es ist großartig, was du hier ablieferst. Shanik, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend und vielen lieben Dank für dein Resub im vierten Monat. Und herzlich willkommen in der ersten Klasse wieder, mein Lieber. Wie geht's dir? Mensch. Alles klar? Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen untergegangen, musste mir die Schwimmflügel anziehen und bin jetzt richtig schön bahnen gegangen. Aber ich hab zumindest noch ein Schiff mitgenommen, wie du sehen kannst hier. Oh yeah. Ich bin ein bisschen taufen gegangen. Du bist auch schon unter Wasser. Mhm. Ja und Sven versteckt sich hier im Nebel, aber der Nebel ist weg übrigens. Aha. Ewig nicht mehr hier gewesen, bin nur noch unterwegs, alles super bei dir. Du, äh, ich krieg's mit, Shanik. Ich verfolge dir. Äh, Achtung, du fährst gegen Land. Okay, du bist, äh... Hoffentlich steigst du aus. Sven. Okay, das war's. Hast du einen Lack? Ähm, ja, ich verfolge dich ja auf Instagram. Und ich seh schon, du bist, äh, bist gut unterwegs, kommst gut rum. Das ist, ist sehr nice, sehr nice. Und da ist er auch geplatzt. Nein. Ja, das wollen wir nicht wissen. Ab in den Hafen und anderes Schiff wehen. Oh, 30.000 Schaden im Moment. Ja, ist nicht schlecht. Bei mir waren's nur 8. Ich hab's komplett vergessen. Ich nehm nochmal die Alighieri jetzt, tatsächlich. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Echt ganz cool. Lebt mal länger, ja. Tut mir leid. Was soll das? Ähm, machst du noch RP, Shanik? Ich seh dich meistens, wenn er nur Musik machen. Machst du RP noch überhaupt? Momentan? Oder gar nicht mehr? Ich bin selber jetzt schon länger nicht mehr online gewesen, weil es hieß ja, äh, kurz, ich glaub, kurz vor Weihnachten, jetzt steigt man auf Alt-Wi um, dann hab ich alle meine Autos, also alle meine wichtigen Autos, äh, zusammengepackt und eingepackt und dachte mir, äh, klasse, dann warte ich, bis Alt-Wi raus ist und dann geht's wieder weiter. Ja, und jetzt warte ich halt, äh, mal drei Monate. Es geht nix vorwärts. Ben, welchen nimmst du? So, wir sind wieder in der, in der kleinen Klasse, warte dann, glaub ich, die vierer. Max. Ah, da machst du es so wie ich auch, okay. Cool. Ich bin echt gespannt, ich freu mich drauf. Nice, auf geht's. Was noch groß? Eigentlich kaum noch jemand. Also meine Liste empfiehlt es mir zumindest nicht mehr. Was denn? Äh, na, Dings, ja. GTA, RP. Achso. Wie, sie empfiehlt es dir nicht mehr, oder was meinst du? Bestimmt. Naja, wo ich es nachgeschaut habe, wurde mir ja viel, der Streamer macht das, der Streamer macht das. Das ist bei mir komplett aus dem Suchalgorithmus raus. Ah, okay. Ich finde, GTA, RP wird durch Branns, einen großen Lidschieber irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, hab ich das Gefühl. Durch Monte und weiß ich nicht, also Uts, RP. Jein, ich finde, Monte hatte ja keinen, also Monte macht, heißt heiß, echt gutes RP und dann sind wieder so Parts dabei, was nix mit RP zu tun hat und deswegen ist es da relativ schwer, da halt einen durchgehenden, einen durchgehenden Faden zu haben. Ich finde aber, er macht teilweise echt, ne, echt nices RP und das hätte ich ihm nicht zugeteilt. Auch Knossi, finde ich, hat zum Teil richtig, richtig gutes RP gemacht. Qualität hochwertiges RP. Aber dann sind halt wieder Szenen dabei, wo sie komplett aus ihrem Raster rausfallen und dann macht es halt das, was man davor gehabt hatte, wieder komplett zunichte. Ja. Aber da war ich echt überrascht, dass ein Knossi das RP so gut hinbekommen hat. Ja, klar. Das war echt, also, hätte ich ihm nicht, hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich sagen. Ich hätte es... Mit oder ohne Kamera gemacht? Äh, mit? Aber ich trau'n Knossi GTA RP mehr zu als eine Monte, wenn ich ehrlich bin. Alleine, weil er ja auch schon vom Fernseher ist, quasi, ne? Äh, ich weiß nicht. Hast du die, hast du die RP-Story von Monte verfolgt? Nicht, nicht wirklich. Nur eine Oberfläche. Also ich hab's, ich hab's, diese ganzen Highlights schau' ich mir öfters auf YouTube an. Und, ähm, also ich fand es teilweise echt gut, was er gemacht hat. Wie ich's gerade gesagt hab, da sind halt wieder mal so Szenen dabei, wo du, wo du halt komplett vergessen hast, wo halt einfach nur Spaß, Fun und Action ist, was nix mehr mit RP zu tun hat, was unrealistisch ist. Ich hab immer das, ähm, von Lucky Five, das GTA RP geguckt mit Sebo und Bafuyo und, und, also, Heidethraut und... Ja, und, äh, Pan, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, da waren so viele Leute drauf. Ja. Ja, Mafuyo ist ja der Bruder von der Pandoria. Pandoria ist ja mit Graum zusammen. Kennst du Pan schon, oder? Ja, 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 doch, doch, doch. Ja, okay. Wer war denn da noch alles? Sebo war da drauf. Jafar, also, das war ja Jafar quasi. Dann war da Heidethraut drauf. Also, Lucky Five hab ich gar nicht geschaut, bis jetzt gar nicht. Ich schau, wenn dann, wenn ich noch irgendwo bei RP zuguck, schau ich auf Unity meistens, wenn irgendwo noch was ist. Aber momentan, ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, alle warten auf Alt-Wie und das merkst du auch im RP, find ich. Ich weiß nicht, wie geht's dir da, Sjanik? Schaust du noch ab und zu irgendwo rein, wo du sagen kannst, äh, ah, ist jetzt irgendwie was großartiges Neues noch entstanden? Ich glaub, alle warten einfach, bis Alt-Wie rauskommt und dann wird das Ganze wieder richtig durchdrehen. Oh, neue Karte, oder? Oh ja, die kenn ich noch gar nicht. Ganz sehr interessante Verteilung auf der Karte. Äh, wir sind sogar Heid hier, cool. Ja, ich würd sagen, eindeutig nach Alpha, oder? Die werden alles rausfinden. Naja, ich bin so langsam. Sagt mal, sind bei euch auch schon so viele Mücken unterwegs draußen? Kommt drauf an. Oh, keine Ahnung. Eben auf dem Balkon bei uns, also auf der, auf der Terrasse, waren locker mindestens fünf Mücken unterwegs, die vom Fenster rumgeflogen sind. Okay. Weißt du, meinst, ich hab drei gestochen, aber die hab ich auch noch Prismadeira mitgebracht. Ah, ein Port, oder was? Die stehe ich auf alle Fälle, ja. Du müsst euch so ein Teil kaufen, was die Stelle erhitzt, damit die Proteine von dem Mückenstich verbrennen. Gibt's einen anderen Trick? Du machst einfach ein Feuerzeug, weißt du, ein Metallfeuerzeug, heiß? Wir haben das fürs Handy. Wie fürs Handy? Kannst du uns ans Handy anstecken, über das PC, und dann heizt sich das auf. Ah, okay. Gegnerischen Zerstörer eindeckt! Nein, das kannst du auch mit dem ganz normalen Feuerzeug machen. Das nützt mir in dem Sinne nichts, weil meine Jünger, die Dinger machst du nach drei Tagen bei mir an ganz schön. Torpedos auf Backboard! Doch hier, die Feuer stören die mich überhaupt nicht. Die Zerstörer können irgendwelche Sachen nicht mehr sehen wollen. Ja, das schlägt jetzt halt ein. Ich muss das sofort drauf machen, ich hab irgendwie so eine allergische Reaktion auf die Scheiße. Bei mir bilden sich dann so richtig die Hubbel und... Ödeme. Nee, nee, keine Ahnung, wie man das nennt. Und unsere neuen, den wir noch nicht gleich in diesem Auto, diese miesen Blutsauger, ja, super. Die findest du überall und die, das ist echt ätzend. So, was ist da? Vergiss es. Never ever. Kriegst du nicht klein. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Ich verstehe die Natur nicht, wofür sie Mücken gemacht hat. Weil Mücken haben doch keinen Mehrwert, oder? Nee. Außer Krankheit zu übertragen. Ja, außer vielleicht das Futter für Vögel, aber das ist ja irgendwie kein Grund, oder? Mücken. Ach, ich hab keine Ahnung. Mach mal eine Mutter nach dem Tor, weshalb sie den Menschen so gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Das ist ne gute Frage. Mach was geiles und dann setzt sich der Menschen drauf, also ich weiß auch nicht. Großes Fehler im System. Nein, jetzt dreht er weg. War ja klar. Naja, zumindest... Ah, super. Nicht totgeschlagen. Diese... Wieso? Ah, dieses... Arschloch. Sie schießen ja nur auf mich mit seinem scheiß Flugzeugträger. Genau. Der guckt dir gerade aufs Tisch zu und will sehen, wie du dich aufregst. Ja, ja. So ein Mieser. Du musst den Stream-Delay reinmachen. 30 Sekunden. Das bringt bei einem Schlachtschiff nicht so viel. Den Stream-Delay. Ja, gut, das ist zwar ein Schlachtschiff, aber was weiß ich. Ich probiere es einfach mal. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. So schlecht. Du hast gerade deine roten Pakete in Part of the Wyoming gingen? Ja. Ah. Dann schießen wir ja bis aufs gleiche Ziel. Ähm, da ist ein Zerstörer links. Der kommt auf uns zu. Den sollten wir zuerst wegbannern. Aber ich als Schlachtschiff habe da natürlich ein bisschen schlechtere Karten. Ich hänge gerade schon wieder in der Dings-Karte. Warum machst du das? Ich habe die Kartenkrenze. Ich will ihm das nicht ordentlich ansagen. Okay, das ist natürlich, glaube ich, erledigt. Ah, doch nicht ganz. Torpedo, komm. Wissen Scheiß Zerstörer müssen wir ja klein kriegen, Leute. Ich muss erst mal aus der Map-Grenze wieder rauskommen. Versuch von der Wyoming abzuhauen. Ja, ich habe ihn. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer. Ja, schön und schon wieder ein Torpedo. Alter, hat der jetzt reingeknallt. Höhenbruch. Wasser drängt schnell ein. Ja, alles. Alles, was auch immer du haben willst, kriegst du von mir. Scheiße. Ach, Mist. Gitter. Ein herber Verlust. Was ist das? Ich habe 8000 Schaden gemacht. Problem gelöst. Sehr gut. Alter, was ist denn da los hier? Ich brauche Unterstützung. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Wir haben ja keine Chance. Das sind zu viele. Sven. Ich muss erst mal mein Schiff gedreht kriegen. So, jetzt hab ich... Oh, geil. Oder gab es den Brauch? Nix. Den habe ich auch versenkt. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Die Wyoming Papetus? Äh, puh, glaube ich nicht. Was, die Wyoming Papetus? In unserem neuen... Tipp, wenn du den Schlachterspiels reparierst, nicht direkt die ersten Feuer, den scheinen kannst du mit Ruhe. Du musst mit Ruhe tanken und dich über T später heilen. Was, repere ich nicht direkt die ersten Feuer? Ach so, ja, ja. Das ist eh klar. Aber wenn mein Motor ausgefallen ist, das repere ich in der Regel schon. Das tut weh. Bei dem gebe ich jetzt eine mit. Volle Breitseite hier. Bam. Bam. Ja, drittes Schiff zerstört. Boah, ich hab ihn nicht bekommen. Verdammtes Schiff zerstört. Das war dann wohl ich. Tut mir leid. Aber dank für den Tipp. Hey, der Typ, der steht da hinten. Also, da können wir jetzt gut drauf schießen. Was, dir turnen, du? Ja. Ah, ich glaube, jetzt fährt er gerade los. Wieder. Dreht nach links. Mal einschießen. Oh ja, Sven. Der war gut. Der war schön. Wie dieser Felsack meint die Taranto oder wie der Kahn heißt, hat Torpedos. Oh, da müssen wir aufpassen. Danke für den Tipp. Merkt man, das ist sehr schön. Das ist schön agil, das ist ein gutes Stückchen. Er fährt auch schön in Schlangenlinien. Macht es mir nicht gerade einfach. Na, ach, und diese scheiß Flugzeuge wieder. Ich sag's dir. Der haut nicht immer weg. Unser Flugzeugträger ist wohl nicht schlecht. Macht der was? Ja, der hat gerade eine gute Freizeite drauf. Ich habe ihm auch gerade ordentlich einen mitgegeben. 5.000er. Schon wieder ein Torpedo, Alter. Wo ist denn der? Jetzt komm, dener gebe ich dir mit und dann haben wir die Sache erst erledigt hier. Ach, scheiße, ist nur eine. Ah ja, doch geklappt. Sehr gut. Schön auf die Zitadelle drauf. Okay, die Runde war nicht schlecht. Alter, 170.000 habe ich bekommen. 52.000 Schaden ausgeteilt. 4 Schiffe zerstört. Und 11 Flugzeuge. Ich sag ihr, das sind scheiß Flugzeuge. Da sind die ganze Zeit auf mich drauf. Ich habe nur 40.000 bekommen. Oh, 54.000, aber... Ohne Premium hätte ich 102.000 bekommen. Wie viel Gefechtsleistung hattest du? Bitte nochmal was? Wie viel Gefechtsleistung ganz vorne? Moment, ich schaue gerade nochmal nach. 52.450. Du hast aber gut getroffen. Ja, zweimal Treffer in der Zitadelle. Das haut halt rein. 11 Flugzeuge abgeschossen, 36 Zietreffer und 4 zerstörte Schiffe. Das bringt halt die Punkte dann heim. Aber ich glaube, das bringt mir nix, weil die Alighieri... Doch, die ist sogar hier. Das heißt, die kann ich sogar mitnehmen, die EPs. Um die Kavur dann weiterzumachen. Dann die Andrea Doria. Aha, Studio, Beneto, El Panto zur Colombo. Christoph Colombo. 100 Punkte Überlebensfähigkeit. Boah. Deine Twitchbox hatte doch Lieder, wo du die oft gemacht hast. Ja. Wenn dir irgendwas nicht zu stimmen, ich sammle seit Wochen die ganzen Twitch-Dinge und ich habe jetzt auch noch eine Liederkiste dabei gehabt. Echt? Hast du alle auf einmal oder einzeln geöffnet? Ich habe jetzt mal die... Ich meine jetzt plus 4 oder so, selbst alle einzeln geöffnet. Okay, komisch. Obwohl der Mensch-Spiele-Konto ist verknüpft. Er meinte, der T10er von Etena de Colombo, die ist OP. Ja, schau mal, 100% Leben. 90 Artillerie. So gut, gegen Luft ist die sehr gut scheinbar. Oh, ich habe gerade einen super Container gewonnen. Echt? Wo? Über Twitch? Nein, über... In der Lobby kann man einen freischalten. Also im Hafen. Ach so, ja, ja. Genau. Nachdem du... Nach 2000 Erfahrungspunkten, 12.500 und 37.000 Erfahrungspunkte, kriegst du insgesamt drei Container noch am Tag. Kannst du jedes Tag... Ich habe einen gewürfelt und habe einen gewonnen. Ah, dann bist du auf den Zufallscontainer. Okay, und was war drinnen? Äh, da steht... Victor Lima ist da drinnen. Ah, Flaggen. Sehr gut. Ja, auch. Wo hast du es, gegen den zu fahren? Oh, das ist ein Grund genug, sich auf den einzuspielen. Aber allein die Alighieri, die macht schon Spaß zu fahren, finde ich. Das heißt, Schlachtwiff ist schon sehr nice. Oh, die Verknüpfung. Ähm, die Verknüpfung von deinen Konten... Ah, wo findet man denn die bei Twitch? Einstellungen? Verbindungen ist es, Sven. Ich glaube, ich bei Einstellungen dann noch Verbindungen. Bei... Ah, ich weiß es gar nicht. Doch, da kannst du deine Steam-ID... Aber wo ist der Wargaming? Ubisoft? Wargaming wird vor zwei Stunden... Äh, vor zwei Monaten verbunden. Steht drinnen bei dir. Mhm. Ja, witzig, bei mir steht gar kein Wargaming drinnen. Äh, guck, bei anderer Verbindungen steht das. Ja, steht da extra... Steht das als Wargaming drinnen? Ja, Wargaming punktiert. Bei mir steht das gar nicht drinnen. Oh, der Himmel schaut klasse aus. Die mit den Wolken. Stimmt. Sehr nice. Wo fahren wir hin? Ich würde sagen, puh, halten wir uns irgendwie so ein bisschen nördlich auf Charly 3 oder so. Copy. Weiß ich irgendwie nervös, Bescheid geben? Nein, überhaupt nicht, Fieser Fett sagt. Mich freut sehr sehr, wenn du ein paar Infos reinknallst in den Chat. Also das ist sehr, sehr nice. Äh, bitte weitermachen. Schauen wir nach oben. Und bei der Gelegenheit, während wir hier beschleunigen, machen wir noch einen Raffel. Das heißt, Ausrufezeichen, join in den Chat. 5000 Panteras abkassieren. Auf geht's. Ja, das lässt sich der Pau natürlich nicht entgehen. Das war mir klar. Sven ja auch mit am Start und Fieser Fett sagt, ist auch mit dabei. Und was macht die Königsberg? Die ist hier auf Kollisionskurs, oder wie sehe ich das? Da muss aber früher aufstehen, sag ich dir. Ja, Schiebung, Schiebung. Ja. Ach komm, dann machen wir noch mal eins. Ausrufezeichen, join. Ich enthalte mich dieses Mal. Dafür verballe ich 100.000. Und die Kasse ist wieder leer. Ich hab dir eben noch was gegiftet. Ja, hast du überhaupt nicht. Du hast Steuern bezahlt. Ja, okay, hast recht. Ja, Wetteinnahmen sind hier nicht steuerhaft. Steuerfrei bei mir. Frechheit. Ich guck dir nicht mehr zu. Dachte ich mir. Du bist gebannt. Du bist gebannt. Ach, Paul, gewinnt alle 5.000. Na ja, gut dann, GG. Hast du mal Glück gehabt. Aber die sind doch steuerfrei, oder? Die sind jetzt steuerfrei, ja, weil es Gewinnspiel war. Okay, okay. Da bin ich ja beruhigt. Die Salve, die die raushaut, ist halt schon irgendwie geil, finde ich. Und ich finde, die sind relativ präzise. Ich hab da kein einziges Mal getroffen, aber ich finde sie trotzdem relativ präzise. LionCookie schreibt, wir sollen mal im Gegner-Team gucken. Dieser Fertzak ist im Gegner-Team. Ach, du Scheiße. Ja, und du auch, oder wie? Der Affe mit Waffe ist wieder mit dabei. Hä, den kenn ich aber auch. Den hab ich auch schon öfters gelesen. Äh, woher wusstest du, dass er im Gegner-Team ist? Bist du auch da mit dabei? Ach, du bist gar nicht im Game. Na, hätte er sein können. Äh, vor uns ist ein Zerstörer. Aufpassen, Jungs. Wie fühlen die Derflinger? Gegner, der ist ein Zerstörer gesiechtet. Oh Gott, oh Gott. Ich bin schon raus. Und was fährt, was fährt Fertzak? Derflinger. Ich weiß jetzt nicht, was Derflinger ist. Ich bin schon raus. B, B5 ungefähr, so gerade. Alle Stationen, keine Position eines strategischen Ziels. Hätte er geschossen. Was, D5? Okay. B5. Ach, B5. Ach da, jetzt hab ich gleich einen kassiert. Der ist super. Er macht jetzt hier nur einen auf mich, oder wie? Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Sag mal fieser Fertzak-Bescheid. Nächste Runde. Soll er ein bisschen mit seinem Schiff trollen, damit ich ein paar XP absahnen kann mit meinem Boot. Oh, oh, der Torpedo. Der ist... Boah, der abgezogen. Alter. War das eine Granate. Das eine Granate. Da ist er, der fiese Fettsack. Der fiese Fettsack. Sitzt du dir im TS? Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Ihr zwei habt dich hier gegen uns verbündet. Sauerreis, das... Naja, wo seid ihr? Jetzt wie so ein Feigling hier im... 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 im Nebel verstecken. Jaja. Hey, die sind ja los. Da ist er, aber da komm ich nicht hin. Ist weit weg. Der Moppel ist auch mit am Start. Sören, mein Lieber, wie geht's? Wie steht's? Was machst denn du noch wach um die Uhrzeit? Bist du frei oder wie? Okay. Was ist der Flinger für ein Schiff, bitte? Sagt dir das was? Ich müsste ein Deutscher sein. äh... Linke Reihe. Schlachter. Ah, super. Später Schule? Ah, nice. Was treibst du? Solange nichts mehr von dir gehört, mein Lieber. Ach, nach der Molk... Molkte? Okay. Ich bin aber nach der Runde, bin ich auch raus. Ja, noch nicht so. Komm jetzt, bin ich so. Doch, 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 ich muss morgen aufstehen, für alle hervorlesen. Und kann sein, dass ich morgen noch zum Zahnarzt muss, oder beziehungsweise Kieferorthopäde. Es kann sein. Weil ich weiß nicht, ob ich morgen früh einen Termin kriege. So spontan, oder was? Bei mir ist was kaputt im Kiefer, mein, mein Draht, der mich da, der meine Zähne stabilisiert. Hä? Kann der kaputt gehen? Hat mir was... Und dieser Scheißdraht piekst ganze Zeit in meine Zunge rein, sodass ich von unten, äh... Ich hab' gerade Musik einstellen müssen. Ja, jetzt nix. Der Erflinge, der macht sich da hinten rar. Ärgert unseren Zerstörer da scheinbar. Ja, Fettsack. Jetzt komm, einen Schuss will ich noch abgeben, bitte. Ja, jetzt schießt er auch noch auf mich, danke. Wie kann er sich denn bitte während der Mauer daran wegdrehen? Das ist ja... Also, das ist ja Frechheit. Frechheit, sag ich dazu nur. Frechheit. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Machen wir doch, aber auf ein anderes. Unser Team hat die Führung übernommen. Wieso treffe ich denn dieses Schiff jetzt nicht mehr, bitte? Ja, ja, hauptsache wieder auf mich. Ganz klar. Das nennt sich Können. Deine T22... Äh, unsere T22 kotzt ihn gerade an. Sehr gut, das gefällt mir. Ben, wie schaut's aus? Was schießt du? Swano, Swano 800 Tier-Schaden. Ich hab erst 2100 Schaden. Oh mein Gott. Nein, das war jetzt die einzelne Salve gerade bloß. Ich hab immer das Gefühl, wenn ich die Leute treffe, dann mach ich keinen Schaden. Dafür treffen die mich immer. Aber es waren immer ein 3000. Ich hab nicht so weit. Ich kann überhaupt nicht mithelfen. Wann tockst du mal wieder mit, Sören? Wie schaut's aus? Gar kein Bock mehr, oder wie? Komplett zurückgezogen. Machst du einen auf Schweizer oder was? Was? Ich? Fokus der jemanden? Nee, eigentlich nicht. Das Problem ist, er ist der Einzige, der... Naja, aber auch nicht in meiner Reichweite ist. Von daher... Das geht nicht, weil er hat mehr Energie wie ich. Das hab ich immer noch nicht gecheckt, wie denn das ist. Wenn mich jemand rammt, wann geht wer kaputt? Weil einmal geht der eine kaputt, dann geht mal der andere kaputt. Das hab ich immer noch nicht rausgekriegt. Weißt du, dass jemand von euch... Na ja, wenn du frontal auf jemanden drauf gehst, weißt du, das mein ich. Ja, ich glaube kaum, dass du mehr Schaden machen kannst, als du selber auch Restleben hast, würde ich behaupten. Das weiß ich nicht. Ich glaub, das kannst du schon, wenn du in die Breitseite, Frontal in die Breitseite reinfährst. Der eine ist auch platt. Unser Sieg ist in Sicht. Ah, die T22 lebt ja auch noch. Sehr gut. Ach, voll. Aua, der hat wehgetan. Wo ist denn der fiese Fettsack überhaupt hin? Ah, da ist er. Boing. Boing, Mann. Hallo. Hi. Na? Die Neulackierung zahlst du mir aber, ja? Oder du kommst nachmittags mal vorbei und pinselst mal drüber. Meine Längter. Oh. Oh. Ich jeden Fall. Ich jeden Fall. Ist die T... Ach, was? Wieso ist die T22 jetzt tot? Wer hat die kaputt gemacht? Brauerei. Macht man nicht. Ja, was soll das? Ach, schade. Ich habe ihn leider nicht zerstört. Aber er hat gerade eine richtig schöne Breitseite draufbekommen auf mich. Schade, schade. Der fiese Fetzer kommt gleich nicht mehr in den Chat zurück. So ist die Gefahr. Okay. Ja Gott, schon wieder das Gleiche. Schau an, den hätte ich... Unser Sieg ist der Sieg. Arschloch. Oh, die Funko da. Der ist auch sehr inaktiv mit seinem Faust hier da hinten. Also spielen ist das auch nicht. Was willst du machen? Bis mal im Bettchen. Gute Nacht. Dieser Fetzer war nice, dass du reingeguckt hast. Und echt witzig, dass wir doch mal in der Runde gelandet sind. Ich wünsche eine gute Nacht. Liebe geht raus. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie wieder rein, denn etwas Spaß muss sein. Dann heißt es Bühne frei. Dann sind wir mit dabei. Die Show muss weiter gehen. Auf Wiedersehen. Weiß welcher Film war das nochmal oder welche Serie? Ich weiß es gar nicht. Rosa, rote Panther. Nee, rote... Echt? Ja. Ach nee, Quatsch. Achso, das ist... Nee, hier ist Looney Tunes. Entschuldigung. Ja, eben. Fährt mal jemand in diese Zone rein? Ich meine, sie sind nur noch 4 Minuten. Bin schon dabei. Bin schon dabei. Aber ich fahre halt nur 23 Knoten Maximum. Mehr geht halt nicht. Ist schon... Alles, was ich kann. Das ist halt das Taxi-Speed im 3.20, wa? Nee, das ist 30. 30 und nicht weniger. Aber auch nicht mehr. Und nur 10 Knoten um 90 Grad Kurven rum. Zwei lustige Ausstellungsvarianten vom 3.21 jetzt gehabt. Was heißt lustig? Ach, der eine war ja, glaube ich, schon mit USB irgendwie in den Stühlen drin. Der andere war eher... Der stand auf der Reserve. Wie, auf der Reserve? Den haben sie ja rausgekramt, weil der andere ja nicht mehr... Nicht wollte, technisch. Ja, aber das... Ja, aber das... Das hat man nicht mal gemerkt, dass er schon nicht mehr nicht das neueste Modell war. So, ja gut, aber das ist ja normal. Auch bei Lufthansa hast du die Flieger 20 Jahre alte und älter. Das ist ganz normal. Das sind manche 3.20er älter als ich. Ja, viel älter. Auch unsere sind älter wie deine. Äh, wie du bist. Trotzdem fliegen sie sich einfach mega nice. Sind die 3.21er am allergeilsten zum Fliegen. Ist echt sowas von schön. Wann hast du das letzte Mal eigentlich einen geflogen? Ist doch auch schon lange her, oder? Ich wäre jetzt... Der letzte Flug wäre jetzt ein 3.21er gewesen. Aber jetzt kann ich dir genau sagen... Das steht nämlich schon mal im Flugbuch. Das ist ja auch hier, oder ist das tatsächlich... Dass man das muss. Was denn? Das ist gar nicht so groß. Was ist das? Sein Flugbuch. Also ich weiß, dass man ab und zu mal das fliegen muss, um die Lizenz zu erhalten. Aber wenn man das beruflich macht... Warte mal, was meinst du jetzt? Das Flugbuch? Das ist also mein Logbuch, meinst du? Also du brauchst es, wenn du dich irgendwo mal woanders mal bewerben willst zukünftig, brauchst du es wieder. Weil du musst ja jede Minute, die du geflogen bist, musst du ja nachweisen. Und in dem Fall macht es ja eigentlich die Firma für uns. Aber trotzdem, wenn du ein Privates weiterhin führst, schadet es nicht, weil du halt deine ganzen Aufzeichnungen mit drinnen hast. Und das ist unter Umständen sehr wertvoll. Weil wenn meine Rückfrage wegen irgendwas kommt, kannst du in deinem Flugbuch nachgucken und kannst sagen, nee, nee, das war alles anders. So, also das letzte Mal. Bei 21. Okay, ist schon ein bisschen länger her, sehe ich gerade. Bravo Mike. Bravo Mike. Bravo Papa. Bravo Papa ist keine. Das war unschnell, das geht noch. Ja, ich bin raus. Ich bin raus, Freunde. Alter. 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 Das ist so ins Bett. Wir liegen ja. Ich schlafe dir jetzt nach 40 Stunden mal überschaubar. Schon. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ach, der Andi hat sowieso keinen Schlafrhythmus. Bravo Foxtrot. Hier haben wir die Bravo Foxtrot. Das war nach Cairo am 4. Januar. Das ist ja auch schon fast drei Monate her. Oh, geht. Das war einmal dieses Jahr. Ja, eh. Ist so. Alter, 321 Neo ist mein absoluter Traumflieger. Aber wenn ich den mal selber fliegen darf irgendwann, das wäre auf der Bucketliste auf jeden Fall. Lerne erst mal einen kleinen Flieger fliegen, Paul. Ja, das sowieso. Die Aussage des Piloten hinzu war hart, aber herzlich zur Landung. John, hat er was gesagt? Naja, du hattest null Wind in Grundschau gehabt, erstaunlicherweise, aber vom Flughafen. Aber, also vom Brunner, aber leichte Seitenwinde. Oh, das ist nicht so geil. Wenn die direkt vom Berg runterkommen. Mhm. Und der Flughafen liegt ja lustig am Meer. Ist auch noch erweitert worden. Einfach eine Riesenbrücke einfach nur. Der Hammer. Riesen haben die einfach mal, die Landebahn einfach mal um 100 Meter verlängert, indem sie einfach eine Brücke gebaut haben. Wollen wir jetzt was größeres noch spielen oder willst du deinen Agilärer noch behalten? Wir können gerne über eine Runde Achter spielen. Kann ich Achter spielen? Wollen wir was mit kurz gucken? Ja, ich kann Achter spielen. Ich will auch nicht die Achter spielen, die hat was scheiße. Ich bin gleich zu weit. Wollen wir mal nach vorne? Falsch, 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 falsch. Standardschiff. Ja. Andi, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, würdest du lieber auf einer Cessna 152 oder auf einer Cirrus SR20 dein Solo machen wollen? Oh, schwierig. 152er ist halt wesentlich mehr Flugzeugfliegen wie die SR20. Also zum reinen Lernen wäre, glaube ich, die 152er schon geiler. Aber als Flugzeug an sich ist die SR20 halt schon schöner. Wird schon ein schöneres Flugzeug. Aber zum Lernen, glaube ich, hast du auf der 152er mehr davon. Mit dem Uhrenladen. Richtig. Richtige Piloten lernen in einem Uhrenladen das Fliegen. Ja. Da hat sie in Ruja, glaube ich, schon das Glück gehabt mit der Bonny. Ja, voll. Und jeder sagt, hey, ihr könnt so froh sein, dass ihr noch auf so einem Flugzeug es fliegen gelernt habt. Weil da lernt du es halt noch richtiges Fliegen. Nicht nur im Computer hinterher fliegen. Weil ihr wart doch so der letzte Kurs, wo ihr die Bonny geflogen habt, oder? Danach kamen doch die SR20. Also mit unserem Kurs, während wir geflogen sind, sind die SR20 eingeflogen worden. Wir sind da rüber geflogen worden. Und wir waren tatsächlich der letzte Kurs, der seine komplette Grundausbildung auf der Bonanza gemacht haben. Die anderen Kurse nach uns haben noch einen, haben ihren ersten Part zum Fliegen auf der SR20 gemacht. Und so einen kleinen simulierten IFA-Fahrt auf der Bonanza, ich glaube 10 Stunden oder sowas. Und wir haben halt 120 Stunden auf der Bonanza. Ich glaube, beides zu machen wäre halt auch geil gewesen. Ja, aber Bonanza ist halt schon der geilere Flieger, muss man sagen. Also vom Flugzeug an sich. Weil der hat einfach Leistung ohne Ende. Und das ist halt mit Einziehfahrwerk, das ist die anderen, die SR20 hat ja kein Einziehfahrwerk. Stimmt. Dann kriegst du auch keine Zulassung für Very High Complex Aircrafts. Weil der hat einen Verstellpropeller und einen, ähm, oh scheiße, ich bin mir komplett ungewöhnt, ein Tier-8-Verstörer. Hat eben einen Verstellpropeller und ein Einziehfahrwerk und da brauchst du, kannst du halt, wenn du das nie gemacht hast, darfst du es halt nicht fahren. Das ist wie in der Fahrschule. Wenn du in der Fahrschule Automatik gelernt hast, darfst du manuell gar nicht fahren. Richtig, richtig. Brauchst du mehr oder weniger eine Umschulung, Anführungsstrichen. Neues Type-Rating. Ich weiß gar nicht, ob du da Theorie auch irgendwas anders machen musst. Ah, das glaube ich nicht. Oder? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ach ja, wir warten mal ab, was die Academy bald vorstellt. Aber schade, dass ich das nicht anfangen kann. Welche Academy? Ja, die von European, die Eva. Sorry, die Eva. Ja gut, aber das kannst du ja vergessen. Ja, ja. So, dann bin ich mal weg. Gut, na. Mach's gut, Paul. Danke fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Danke, jedenfalls. Tschüss. Arrivederci. Tschüss. Die, die denn da komisch ist. Bei mir ist alles bestens. Danke dir. Ich habe gerade frei. Ich bin gerade für 10 Tage in der Heimat. Gestern, vorgestern nach Hause gefahren. Und, äh, genieße es. Genieße es. Ey. Sven. Übung. Ich muss ja auch erkennen können, wie du fährst. Das ist richtig. Ich habe etwas aufgeklärt. Wie ein Treadoria oder? Scheinbar. Wie weit schließe ich? 12 Kilometern. Die Torpedos gehen 5 oder was? SPD-Munitionen. SPD. SDA. Ganz schön politisch hier. Wie haben sie es jetzt genannt? Ja, ne. SDA, ne? Ne, SAP. SAP. Die rote? Mhm. Ja. Aber ich finde, diese Farbeinspielung finde ich echt genial. Die haben sie gut gemacht. Jetzt wissen wir ja nicht mehr, was man beschossen wird. Ja, das ist richtig. Es tut einem zwar nicht viel, wenn man drauf geht, aber so wie jetzt so gerade, ich hasse die hier. Also eigentlich darf ich die, die wir gar nicht spielen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben da 100% Treffertranze, die nicht die Schwachstellen zu können. Wieso sehe ich den jetzt nicht mehr? Hat sich etwa auch ein Nebelfeld gelegt? Wurde ich übrigens mal die Zeit nehmen, wenn du versenkt wurdest, mal einfach in den Inseln zu fliegen. Ja. Und dir mal die ganze Änderung der Karte und die Soundentstellungen anzuschauen, ist echt interessant. Muss ich machen hier. Da hast du fast vorgezwitscht und du siehst die Bräuche sehr gut erkennen. Echt? Ist ja cool. Ja, teilweise hast du wirklich schön gestaltete Menschen, da bewegen sich ja mittlerweile auch so und die Autos und so, die sind fest versenkt. Echt? Weiß ich. Hatte ihn ja nicht jetzt schon im Stich lassen hier. Gegner ist ein Zerstörer gesichtet. Ja, das Ding hatte ja gerade drücken. Irgendwo eine Zielscheibe drauf. Richtig war schon selber. Arsch. Ich bin gefühlt irgendwie, wie wir das wollen können. Ich habe noch nie mit einem Stich zu hart getroffen worden, wie mit der. Nicht. Ich habe eine Parse gerne, aber die ist irgendwie fadensächtig. Ich habe das Gefühl bei dir in der Zone drinne. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Ich bin schon dabei. Ich versuch schon alles. Falsche Richtung, weil das auf der Ecke sind drei große Schiffe, die alle auf der Ecke sind. Ja, ich versuche jetzt auch nach links zu drehen. Das war jetzt natürlich nix, ehrlich gesagt. Entweder komplett drehen und von hinten angreifen. Ich schieße dem jetzt da drüben ein. Er kriegt jetzt eine Breitseite mit. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Oh scheiße, das sind ja zwei hintereinander. Oh, das war jetzt eine fiese Aktion von denen. Ich brauche Hilfe. Ja, das war's. Arrivederci, tschüss. Dann war's mit euch, Jungs. Nebelwerfer gestartet. Boah, bin ich jetzt gerade erschrocken. Alter, bin ich jetzt gerade erschrocken. Junge. Okay, gut. Na, ich wollte ja eh aufhören, weil du bist ja auch schon zerstört worden. Deswegen wollte ich ja gleich direkt zum Hafen. Ja, okay, gut. Ich muss mich wieder auf dieses Schiff einstellen. Es ist mega geil. Das Schiff hat wirklich was, aber... Joa, schwierig sag ich mal, schwierig. Ah, obwohl wir gerade beim Zerstörer sind, ich hätte hier noch einen Achter. Achso, hä, lebst du doch noch? Nein, aber ich bin mit der Kamera über das Feld gebrochen. Achso, ah, ja, okay, ich verstehe. Der Hauptstadtpark hat Feuer, äh, Lüftalarm. Wo? Au, scheiße, ich bin da auf Berat. Warte, Lüftalarm. Das ist für egal, ich konnte es beenden wieder. Uuu, was haben wir denn jetzt noch? Was? Hast du noch einen Simner oder einen Achter im Petto? Boah. Super. Hipper mag ich nicht so. Kann ich verkaufen, sobald ich das nächste Schiff darüber habe. So, die Bayern ist auch nicht hübsch. Wenn du einen Schlachter fährst, dann fahre ich die Gneisen auch. Ein Simner. Also ich dachte, die Bayern hat mich schon so oft fertig gemacht. Da dachte ich, ach, was wollen wir mal spielen, das Ding. Ja, ich war auch voll enttäuscht von der Bayern. Irgendwie komische Schiff. Manche, das Ding fahren, manchmal hast du das Gefühl, die haben da einen Gas im Bremshebel, so nach dem Motto. Ja, ja. Bremse rein, Rückwärtsgang rein und los geht's. Tja, dann spielen wir doch mal die doch. Komisch. Schön ausgestattet. Moment, muss kurz gucken. Äh, äh, wo mache ich. Deswegen. Es gibt keinem Lust Geld dafür auszugeben, eigentlich. Ja. Deswegen fährt ich so schrottig. Auf geht's. Ach, du fährst einen Achter? Okay. Hipper. Was ist Hipper? Ah, okay, ein Kreuzer. Okay. Äh, Sören, wann hast du eigentlich deine Abiturprüfungen? Wann ist soweit? Geht schon los? Nice. Äh, gehen wir auf Charlie, oder? Genau, das ist auch so ein lahmer Bock. Aber danach kommt endlich mal die Bismarck. Da bin ich gespannt, wie die Bismarck ist. Keine Ahnung. Bin gespannt. Wir haben ein U-Boot für uns. Ich würde auch gerne ein U-Boot haben. Wo kann man U-Boote kaufen, bitte? Keine Ahnung. Liebe U-Boot fahren, weil es dreidimensional ist. Am 2. Mai? Okay, dann hast du... Habt ihr dann jetzt noch überhaupt Unterricht, oder ist es schon reine Lernphase? Die haben ein richtiges Rennboot, Sven. Du musst aufpassen, dass sie anhand meiner Bugwelle nicht hier kennt das, gell? Ich wundere es bloß, weil sie eigentlich hatten sie mal diskutiert, dass sie die U-Boote bloß bei den 10er Schiffen reinnehmen, weil es sonst im Spelling sie nicht hinbekommt. Aber ich glaube, die haben sie enorm genervt. Die U-Boote. Ich fand es schade, dass sie dieses Wettrennen mit dem Luftschiff nur für 10er Schiffe frei hatten. Oder haben. Ich führe Flugzeuge. Meinst du das? Hm? Wie meinst du das mit den Luft... Es gibt einen Spielmodus, wo du als Team sozusagen sagen... Wenn du Gegner versenkst, tun sich Luftschiffe über dir bewegen, die zum Ziel geführt werden müssen. Ah, okay. Da gab es ein paar lustige Bedingungen dazu. Ich glaube, wenn du jemanden abgeschossen hast, hat sie es bewegt. Es war eine sehr lustige Geschichte. Haben sie allerdings nur für die 10er freigeschalten. Genauso wie jetzt die Schiffe, die sie jetzt für die Clans freigeschalten haben, die 10er Schiffe. Und ich halte es schade, dass sie es halt entweder für 10er Schiffe oder halt Clans oder irgendwas machen. Wo ich denke, als Spieler hast du ein bisschen weniger davon. Ich könnte jene Map mit dem... mit der versunkenen Stadt wurde hier die... wo die 3 verschiedenen Türmschiffstypen waren. Einer, der schnell Torpedos fahren kann. Einer, der gute Atelier hat. Das konnte ich soweit wieder loszielen. Den ganzen Lover, glaube ich, noch zu. Das gab es auch irgendwo hier. Das war ein Urlaub schlecht möglich. Jetzt diese... Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Verstanden. Jawohl. Jetzt noch die Tirpitz. Kommt die Tirpitz. Ne, so werde ich jetzt schon wieder besuchen. Boah, was soll das denn? Da kommt eine... Maishore? Maishore? Genau, der Tirpitz bohrt und ballert erstmal eine volle Kleine. Und der hat... Roses Talent. Torpedos? Wo sind Torpedos? Oh scheiße. Oh, oh, oh. Ja, geht sich aus. Geht sich aus. Das war nicht... Nicht so gut, aber ging sich aus. Wir sehen müssen. Bei der Rebatore ist schon gerade geschehen. So, da kommen noch mal 3. 1, 2 und auf Wiedersehen. Nein! Oh, die haben bloß 3.000 Schaden. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. So. Wo kamen die Dinger jetzt her? Wo kamen die Dinger jetzt her? Wo kamen die Dinger jetzt her? Ey, das sind die Flugzeuge. Normalerweise. Ne, das waren keine Flugzeugtropäger. Echt? Also es wird verwandt, wenn das Flugzeugträger anders ist. Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen. Und die Rest sind überhaupt 1.000 Punkte? Ähm. Ich weiß nicht, ob die Flugzeugträger, die dann höher sind, mehr als 2 Töpile schieben können. Ich kenne es nur mit 2, aber gut. Gegnerischen Kreuzer geschenkt. Die höheren habe ich noch nicht. Ich hätte mir die mal aus Spaß gekauft. Ich bin da nicht gut drin. Nein! Naja. Oh, und hat der Mix getroffen. Oh ne Scheiße. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Was ist denn das bitte für ein Zielen? Das kannst du komplett vergessen. Die Tausend. Das ist peinlich. Nicht peinlich. Was? Was ist denn das bitte? Hast du die Kleine Sauer schon ausgebaut? Ja, bis auf den Rumpf. Die sind gut ausgebaut. Nee, meine ich die Module. Ja ja, das war. Das war nichts, das war Zucker. Aua. Das übernehmen wir jetzt mal. Guckt ein Torpedo. 2. Da kann ich nichts machen. wir haben ein leck unterhalb der wasserlinie wir laufen welches bereich Ach Charly. Beschricht' dich nicht. Zeig' dich. Da sind die scheiß Flugzeuge schon wieder hier. Was schießt denn der für'n Scheiß zusammen, bitte? Das ist ja unfassbar, oder? Ja, da hinten die Vagration. Aber, das meine ich nicht, sondern... Das geb' ich dir aber nicht mit, du Arschloch. Was ist denn das für'n Streuschuss, bitte? Das kannst du doch komplett vergessen. Scheiß, ich schieße ja ab hier. Ich stell' mir auch mal VE. So, ich hab' jetzt einfach rum. Da fehlt aber noch ein Streus-Schiff hier. Ja, ja, der ist da hinter der hinteren Insel. Ah, da ist er. Hast'n gesehen? Ja, was ist'n das bitte für'n Streuschuss, was die Scheißkiste drauf hat? Die eine ist erstmal schön gegen's Land gefahren. Da donn' ich jetzt erstmal was drauf, sobald mal hier wieder was möglich ist. Gegnerische Schlachtschiffe gesichtet. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Gegnerische Schlachtschiffe gesichtet. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Wir laufen still voll. Ich brauche Hilfe. Könnte irgendjemand mal hier mitschießen? Ja, das ist eh schon vorbei. Uah. Okay. Raus hier. Raus hier. Sven, wir müssen mehr zusammenbleiben. Das funktioniert sonst schlecht. Was nimmst du für ne Klasse, für ne Schiffsklasse? Schiff gemietet? Was? Hindenburg? Montana? Hä? Was für Schiffe hab' ich gemietet, bitte? Hä? Das sind die... Die Aktion Schiffe glaub' ich immer noch. Da stand ja irgendwas... was hab' ich grade gesagt? Montana oder sowas? Montana und... ... Ach hier. Ja. Hä? Wieso sind das jetzt 14 Tage? Du für 10. Könntest du aber nur in der Division fahren. Na, Clan-Gefechte. Hä? Aber wieso kam das jetzt? Äh, weil du zu lange nicht online warst? Oder? Nein, aber ich mein, warum kam das genau jetzt im Moment, dass die jetzt grade reingekommen sind? Das check ich jetzt nicht. Ich hab's denn schon dabei, oder? Ich hab's denn schon dabei, oder? Sooo... Aber da brauchst du ja nen Kapitän dafür. Du brauchst ne Division dafür, sonst ist das alles nicht... Einen Clan brauchst du dafür. Division haben wir ja offen. Sooo... Was hast du rausgesucht? Ich hätte jetzt wieder den Klasse-8-Zerstörer. Am Start. Naja, dann sterbe ich wieder mit meiner York. York, war das nochmal ein Kreuz, oder? Ich sag mal, zweite Reihe. Können wir das doch nicht mehr haben. Zweite Reihe. Was heißt zweite Reihe? Zweite von links. Zweite von links. Ja, das ist dann auch ein Zerstörer. Nee, der Joke ist... Ach, ne Quatsch, die Joke ist ja noch mit der... Äh... Das ist Kreuzer. Also U-Moot. Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff. Ah ja, okay. Ja gut, dann machen wir jetzt so nen Kreuzer-Zerstörer-Verband. Passt auch. Dann machen wir das jetzt. Äh... Mussten nur noch... Ah, perfekt. Dann starte ich jetzt und geh nochmal kurz wohin. Ich bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit machen wir nen Raffle. Bis in zwei Minuten. Bin gleich wieder da. Ausrufe Zeichen. Join in the chat. Bis gleich. Bis gleich. Wird aber die letzte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Don't ihrаствώνst doch neu? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, das würde ich ihm nicht abstreiten. Sagst du mal so, du wirst nicht mehr alles selber machen, dann weißt du nicht, dass das alles Hand und Fuß hat. Aber das Problem ist, du kannst ja nicht alles selber machen. War ja gar nicht da. Richtig. Das davon mal abgesehen. Aber der erste Tag nach der Arbeit ist ja meistens eh noch mal in der Regel ein bisschen entspannter, oder? Im Normalfall ist das so. Mein Kollege ist nicht da und deswegen ist das meistens so, dass wir den immer derjenige aus dem Urlaub kommt, den lassen wir am ersten Tag erstmal seinen Computer inspizieren. was so an mir ist kam, was sich geändert hat, was an Veränderungen da war. Ja, verstehe, verstehe. Wenn der nicht da ist, dann ist es halt schwierig. Jetzt kommen wir nach dem Urlaubswechsel, das ist die Woche. Ah. Wird lustig. Wird noch Urlaub einreißig. Ich kann nicht mal wieder Urlaub machen. Es dauert natürlich zwei Wochen, glaube ich. Achso, okay. Wann ist Ostern? Ich habe keine Ahnung. Bei mir gibt es keine Feiertage, von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Ich kriege Wochentage und so weiter, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was heute ist. Was heute? Donnerstag. Ah, nee, Sonntag war heute. 20. glaube ich, Ostern. 20. 4. Okay. Ich dachte immer, dass es Mai ist. Es ist ein bisschen spät, ne? Es ist ein drittes... Naja, ein spätes Ostern, das kann man sich nicht bezeichnen, aber es ist nicht das größte, was geht. Okay. Ist die Map auch neu? Weil das A da in diesem komischen, jungen Lippenberg... Die gibt es schon länger. John. Okay, da habe ich mich jetzt... Also zumindest gab es die mal bei einem Spiel im Modus, wo du 2 gegen 2 gespielt hast. Deswegen kenne ich die. Ah, okay. Stimmt, da hast recht, das habe ich auch schon mal gemacht. Oder, ja genau, 2 gegen 2 war das. Aber sie haben sie neu gestaltet. Weil die asiatischen Häuschen da auf der Insel gab es vorher nicht. Diese Festung da, oder? Mhm. So, eigentlich. Ich bin vor dir. Ja, ja, ich werde schon wieder verschossen. Ja, ich glaube, der hat nur blind drauf geschossen. Ne, glaube ich nicht. Meinst? Aber erstaunlicherweise, ich muss mal raussehen, ob es ein Beschuss entdeckt. Geortet. Ähm, ich muss mal raussehen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man so sagen soll, das Ziel nicht fixiert. Das ist doch besser, also ich ballern gerade nur auf mich. Ich bin gleich wieder. Jawoll, jawoll. Ich frenne schon wieder. Weil du bekommst ja die Meldung sozusagen, wenn du den Gegner anfixiert hast und schießt, kannst du ja einstellen, dass du eine Meldung bekommst, dass du beschossen wirst. Ja. Boah. Ich würde sagen, sie ist der Ziel ist beschossen und bekommt diese Meldung aber nicht so schnell. Was agilisieren ist, finde ich, ein bisschen... Ich bin gleich da und scheißt jemand an. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, ich bin down. Scheiße. Das war ein Scheiß wieder, komplett alleine da vorne. Das bringt halt gar nichts. Ach, er da hinten, die Holland, hat mir eine... hat mir ordentlich zu schaffen gemacht. Aber... Auf 10 Kilometer sehe ich plötzlich nicht mehr. Achso. Ne. Er hat's Nebelding. Nein, 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 nein. Aha. Geht schon, geht schon. Vollgas, geht schon. Geil, wie er gehoopt hat. Oder hast du das? Das war jetzt eher so... Gerade mal durch... Oh, ne. Echt jetzt? Boing. Oh, wow. Brennt's nicht mehr. Das geht. Das wird wahrscheinlich ein Skin sein, oder? Wie man sonst auf 10 Kilometer plötzlich verschwinden kann. Kann sein, ja. Ja, ja, das kann... Oder er ist in den Nebelding reingefahren. Weißt du, dass du selber Nebel machst? Es war definitiv kein Nebel da zu sehen. Okay. Sören, du hast bis zum 25.4. Schule, am 26.4. bekommen wir Vornoten. Ja, was bringen dir die Vornoten, wenn die Abschlussprüfungen... Hä, warte mal. Im Mai sind die Abschlussprüfungen und ihr habt... Bis zwei Wochen vorher habt ihr Schule, oder was? Ne, bis eine Woche vorher habt ihr Schule. Boah, das ist ja krank. Wir hatten, glaube ich, drei Wochen frei, um nach der Schule, nach dem normalen Unterricht, noch auf uns auf die Abi-Prüfung vorzubereiten. Schau, wir brauchen aber auch 13 Jahre dafür. Ja, gut, das stimmt. Ich habe ja nur elf Jahre gebraucht. Ne, ich hatte elf Wochen gehabt dafür. Äh, elf Jahre. Ich habe ja erstmal mittlere Reife gemacht, also Realschule. Und dann Berufsausbildung. Und dann Boss heißt das bei uns. Das heißt Berufsoberschule. Da machst du das Abitur dann in sieben Monaten nach. Das ist zwar Hardcore, aber es geht. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das sind die kleinen Fiesen, die genau hinter der Insel hocken können, aber so ein Stein... Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Ich habe auch noch hier. So hinbesitz ich, glaube ich, auch nicht. Ah, der SIS ist wahrscheinlich vor der... Also nicht die Insel, die du da siehst, sondern die eine danach. So dazwischen. Ja, du weißt wohl, wo die Dinger herkommen, aber ich kann da nicht reinschieben. Ach, von vorne kriegst du das auch noch eine Breitseite von der Petro... Petro Pavlovsk mit. Dann nach Ferien dazwischen. Achso, dabei kommt man exakt, ob man viel zu gelassen wird oder nicht. Fragt mich nicht, wieso. Ah, okay. Okay. Naja, gut. Zugelassen bei uns. Gab es überhaupt keine Diskussion. Jetzt noch was. Ah, immerhin. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Naja, ich würde sagen, die Runde ist verloren. Mehr mit Flüchten beschäftigt als mit Schießen. Ja. Ich war wieder ein bisschen zu forsch. Äh, nicht zu forsch, zu harsch. Bin zu stark reingedonnert. Ich glaube trotzdem in die ersten Seiten kommen wir doch nicht. Ja, das ist richtig. Hier hinten, wo gibt es auch schon? Auch Clan-Gerechte, okay. Weißt du, willst du noch eins machen oder machst du Feierabend? Das würde machen, Lucie sein. Welches Spiel war jetzt noch? Ich hätte noch mal so eine Schlachterrunde gemacht. Achso, Schlachtschiffe der Stufe 6. Die Bayern hätte ich eigentlich anzubieten. Ja, das sind ungefähr gleichwertig mit der Gneisen, aber die trifft auch genauso wenig. Wollen wir mal gucken, wie soll ich hier alles gebaut habe? Das ist sogar in Stufe 10. Da Heinrich Biermann in Stufe 10 Kapitän drauf. Ah, da bin ich sogar relativ gut ausgebaut. Ne, da habe ich erst erst bei mir. Zwei. Den habe ich erst draufgesetzt. Den habe ich von der Dresden entfernt. Darfst du mit 2,5 in den vorn und nach, oder muss man die Abschlussberichtung gutschreiben, um das auszuhören? Ja gut, das ist klar. Also, zwei Fünfen, ich weiß gar nicht. Besteht mal das Abi, mit zwei Fünfen bestehst du nicht, gell? Ich glaube, eine Fünf darfst du haben und dann sonst Vierer. Ne, warte mal. Du darfst auf jeden Fall keine Sechs haben, das weiß ich. Ich glaube, zwei Fünfen darfst du noch haben und sonst musst du besser sein. Oder irgendwie sowas war das doch, oder? Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. In keinem Fach dürfen weniger als vier Punkte erreicht werden, nachdem sie vierfach gewertet wurden. Bayern und Sachsen gehören zu den schwersten Abiturabschlüssen. Bitte, was meinst du? Welche Hauptfäsche er macht? So, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich zeichnen eher weniger. Oder? Ist ja ein Kunst, ist nicht so dein Ding, oder? Ich hoffe, es gibt kein Land in diesem Staat, der das erlaubt, dass Kunst ein Hauptfach ist. Oh, du, wenn Sport gibt es ja auch als Hauptfach. Eine Freundin von mir konnte sogar Mathe oder Deutsch abwählen. Mhm. Ne, ein Bekannter von mir auch. Und meine beste Freundin, die hat Mathe als Hauptfach genommen. Als Hauptabifach. Die ist auch ein bisschen verrückt, habe ich mir gedacht. Das war's eh komisch. Der Mathe-Leistungskurs war... ...glaub ich leichter als der Mathe-Grundkurs. Dafür war Deutsch-Grundkurs schwerer als der Deutsch-Leistungskurs. War irgendwie total verdrehtes Abi für uns. Also Romeo und Julia auf dem Lande hätte ich nie interpretieren können. Du hast auch Abi gemacht, oder? Ja. War nur dazu mal. Damals, vor vielen Jahren. Bei mir ist es ja nicht ganz so weit her, weil ich hatte ja das nachträglich gemacht. Also, was jetzt nicht ganz so weit her ist, es war bei mir 2010. Auch schon wieder zwölf Jahre her. Also, fast elf und halb. So lange schon. Uh, jetzt haben sie das 20 Jahre überschritten. Oh, naja, gut. Ja, bei mir war halt die Berufsausbildung inzwischen drin und noch zweieinhalb Jahre arbeiten. BWL hat er als Hauptfach. Du hast Angst vor BWL und Mathe. Was, BWL als Gymnasiales Hauptfach? Mich jetzt auch nicht. Aber... Geht wohl. Was für... In welchen Fächern schreibst du dann alles das Abitur? Wie ist das? Oder wie war das bei dir, Sven? Deutsch-Physik war ein Hauptfächer, also schriftlich, Mathe schriftlich war Pflicht. Also, Deutsch und Mathe war eine E-Pflicht, egal welcher Grund- oder Leistungsfurs. Das zweite Hauptfach war Pflicht und das dann das Münchliche konntest du dir auch sehen. Da habe ich Geschichte genommen. Ah, das erklärt einiges. Deswegen bist du auch ziemlich gut in Geschichte. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe mir noch mal 700 Jahre Geschichte durchgelesen, so nach dem Motto, um dann mit das zu haben, wo ich seit der 6. Jahre sage, wenn ich mal Abi-Geschichte mache, will ich die Themen haben. Okay. Ach, krass. Ja, das war so typischer Fall, weil ich jetzt die DOS nicht gelernt habe. Ja, okay. Offen Sie, BWL, Mathe, Englisch, Deutsch. Okay. Bei mir war es Mathe, Englisch, Deutsch und Physik. Prüfen Sie in Deutsch, Mathe, Englisch, BWL. Okay. Wieso ist denn der Tomelix? Achso, der ist verwandt wahrscheinlich. Sonnenuntergang? Ich sehe hier nur einen Mond. Achso, da hinten. Ah ja, okay. Der ist, äh, der hat irgendwas, irgendein Event gewonnen. Irgendwas mit seinem Team oder was auch mal gewonnen. Ne, ich glaube, das ist so ein Verwarnter. Ja, weil wenn ich dich jetzt abschließ, werde ich auch irgendwann so, äh, rosa. Nein, wirst du für ein paar Runden, hast du dann irgendwelche Nachteile oder irgend sowas. Jetzt hatte ich immer die, äh, bis jetzt hatte ich immer die, das haben sie ja rausgenommen. Ja? Ach, gibt es gar nicht mehr? Also ich kann nicht so oft, ich weiß nicht, äh, also es sei denn, er wurde wegen Inaktivität oder was auch immer gemeldet, aber, aber er steht irgendwie nur rum, oder? Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Weil wenn du auf jemanden schießt, dann ist es ja auch schon rosa. Ich melde direkt als inaktiv AFK. Äh, das war ein bisschen warm. Ich mache auch manchmal, ich darf mich mal geben, was von morgen um die Ecke. Das ist los, geht los. Bewegt er sich? Nee, noch nicht, oder? Kann man es ablesen, reportet. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren! Gehen wir auf die York, oder? Oder was machen wir? Okay, gut, ich versenke mich gern selber. Du bist kein New York, du bist nicht Bayern. Ach Gott, da muss ich mich wieder umstellen, oder? Mach's Fachabitur. Mach's Fachabitur. Also alles sehr auf BWL bezogen, okay. Ich bin jetzt auch in der Waage, ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Danke dir, äh, Sörn. Lass mal wieder was von dir hören, und wenn's so mal ein bisschen Quatsch im Discord ist, wenn du mal wieder ein bisschen Zeit hast, schreib doch mal, und dann quatschen wir einfach mal eine Runde. Negativ. Denkst du halt sind noch Bots B auf der Ecke. Zinnop und York. Warte mal auf, ja. Na toll, ein Schiff ist schon weg von uns. Sehr gern, ja cool, dann machen wir das doch mal, oder? Okay, er ist da. Wenn du möchtest, gib Gas. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Arschloch. Von der Zinnop. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Schon mal gut. Ich bleib gleich mal ab. Feindliches U-Boot? Wo? Da, in der Mitte. Ach, ne Derflinge ist wieder da. Auch noch mit dem Start. Geise. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Aufgebrochen, Lust. Wir bleiben aber bei der Zinnop, oder? Ich drehe gerade mal. Bist du gerade wieder zurück, ja, ne? Bitte was? Drehst du wieder zurück. Ja, ich drehe jetzt nach rechts rum. Das war jetzt gar nichts. Scheiße. Die ging voll ins Wasser. Na gut, dann machen wir es halt so. Hier sind überhaupt noch. Sie wird jetzt 5000 Schaden abgezogen. Oh, Scheiße. Ich hab ihn zumindest auf seinen Turm geschossen. Aber er dreht auch gerade bei. Ah, jetzt kommt der Lila ja auch noch. Äh, Zerstörer. Freund. Der Freundliche. Natürlich, den ich schon reportet hab. Wegen AFK. Oh, Torpedos auf Backbord. Oh, Torpedos. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, die nehm ich alle mit. Ich nehm die alle mit. Ach, tot. Die Dame. Jetzt guckst du ins Feld. Jetzt guckst du ins Feld rein. Denkst du, sie ist keine Sau. Willst, gibt Torpedos, die knapp 90 Kilometer schaffen. Keine Ahnung. Ach, das ist halt. Aber eigentlich nicht in dieser Klasse. Das ist aber, das weiß ich nicht. Also, das check ich jetzt nicht. Aber da war, keine Ahnung. Wo hatten die geschossen? Die York? Keine Ahnung. Nein, die kamen ja... Warte mal, wo leg ich denn? Die York schafft nur 6,5. Hier lag ich. Und die kamen von rechts. Von hier. Da ist aber kein Schiff. Mhm. Geht mir öfter so. Wie geht das? So. Da geht ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Da geht Rex unten. Sagt der Pischer. Wer ist Pischer? Ja, Mord. Der Flinger kommt. Mobile Ninja. Achtung, da kommen Torpedos. Achtung, Achtung. Ja, ja. Habt ihr gesehen? Aber wie gesagt, ich sehe halt nichts, was das abfeuert. Warte mal, wo kommen die? Die kommen von da hinten. Da hinten ist halt nichts. Das kommt, wenn dann, aus der Mitte. Ah, da ist ein U-Boot, aber ein U-Boot kann nicht so viel Torpedos abfeuern. Wo soll denn das herkommen, bitte? Und gleich was für eine Salve? Das waren ja 6 Stück wieder. Ihr spielt WoWs noch nicht lange, oder? Na ja, Leonidas. Nicht regelmäßig, sagen wir es so. Gut, wir haben Tier 7 als höchste Stufe. Aber Tier 7, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Warte mal, wie viele Kilometer ist denn das, wo ich jetzt hier gerade bin? Na gut, das sind 12 Kilometer, 14 Kilometer von hier aus. Wo die anderen Schiffe sind. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Das ist wirklich... Hm. Wie viele Schaden hast du schon ausgeteilt? Ach, scheiße. 28.098. Wieso fragst du, Leonidas? Scheiße, wir sind die absoluten Loops spielen. Ah, das macht doch nichts. Es geht doch nur um Spaß, mein Lieber. Es geht doch nur um den Spaß dabei. Freunde der Nacht. Also mal, ich... ...hab mir ja noch nicht jedes Schiff durchgeschaut, was in diesem Spiel existiert, um zu gucken, wie weit es sichtbar ist, wie weit die... ...durch die Tarnung, äh, die Sichtbarkeit eingeschränkt wird. Aber wenn von den Spielen, äh, verschiffen, die ich habe, nicht der Meinung kann ich es nicht so weit einschränken, dass ich auf das 6, 7, 8 Kilometer jemanden abballern kann und einfach verschwinden kann. Naja, und selbst dann könnte ich es mir nicht merken. Weil ich merke, dass ihr die Spielkarte noch nicht wirklich kennt. Nee, dafür... ...dafür spielen wir auch viel zu... ...wie soll ich sagen... ...viel zu viele Sachen wild durcheinander, weil wenn einer spielt mit Tier 3, dann nimmst du wieder ganz andere Schiffe. Du müsstest ja auf einen Spieltypen im Speziellen drauf einspielen. Wenn du den beherrschst, kannst du den nächsten machen. Sechser, warte mal... Man kann uns ja gerne mal verraten, was das... Oh, guck mal, ich klinge gerade an im Dorf. Geil. Achso, geht das an, wenn du rangehst. Geh mal an die große Insel, die, äh... ...wo die Königsberg gerade ist. Ich bin schon im Menü. Achso. Also im Hafen, besser gesagt. Schade. Da. Ja. Ging das Wasser gegen das Licht gerade an, oder wie? Wenn du ans Dorf rangehst, geht von der Stadt das Licht an. Ach, das ist ja cool. Hm, das ist wirklich nett gemacht. Also die Landschafts-Grafiken sind wirklich interessant. Echt gut gemacht, ja. Echt schön gemacht. Hm. Ja gut, die... ...als gewonnene Schiffe. Sie haben die Division verlassen. Ja, Sven, wann musst du aufstehen? Guten Morgen. Na ja, 8.05 Uhr klingeln. Der Wecker spätestens. Guck dir mal wildes Gefecht mal an, wenn du jetzt mal ein paar Minuten Zeit hast vielleicht noch. Das ist diese Variante mit diesen drei Sonderschiffen. Wurde, ja, der eine ist da besonders gut, der andere ist da besonders gut. Ja. Das ist, wo du nur Torpedos feuern kannst, oder? Nö, die kannst du auf Arturieriefeuern, aber jedes Schiff hat halt seine Sondersachen. Achso, okay. Das ist mit diesen, mit diesen komischen Schiffen, mit den Kettensägenblättern vorne dran, oder? Richtig. Ah, ja. Ich bin gerade schon direkt ins nächste Gefecht gegangen mit der Cossacks wieder. Guckst du dir mal an, vielleicht ist das vielleicht eine Variante, wenn wir mal in den nächsten Spieltag mal irgendwann spielen oder so. Ja, können wir gerne. Ich habe jetzt eh Premium gerade und das muss ich natürlich auch ausnutzen, ab und zu mal. So, aber wir haben trotzdem schon verloren. Die Bayern sind schon raus. Wie, die Bayern sind schon raus? Ich habe gerade immer gehört, dass die Bayern raus sind, Niederlage. Achso, ja gut, das ist, dann ging es schnell, dann war das flott. Ja gut, aber wenn du halt einmal wirklich hinten dran bist, dann hast du halt, das ist halt schlecht, die Karten. Das ist einfach, das ist dann machen. Let's have a fun experience, let's hope so, exactly. Ach, Leonidas, wenn du noch da bist, kannst du mir die Frage ja vielleicht beantworten. Wo kriege ich denn U-Boote her? Oder muss ich sie kaufen? Ah, I have to complete missions. Aber welche Missionen muss ich bitte machen, um diese U-Boote zu bekommen? Na ja, na ja. Hast du eigentlich irgendwie einen Drop oder sowas bekommen? Oder hast du eh schon alle geholt gehabt? Also ich hatte die jetzt geholt, aber ich habe, wie gesagt, beim Öffnen heute die Twitch-Container nicht gesehen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Ich habe schon mal das Konto neu verbunden. Angeblich habe ich da alle eingesammelt, die jetzt in letzter Zeit rauskamen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also Lila ist mit Spitzel in Deutschland gefällt. Okay. Nebelwerfer gestartet. Ich komme erst am 30. Klappe, ich gehe in die nächsten weiter. Nebelwand gelegt. Einunddreißigsten erst. Einunddreißigsten erst. Neue Woche sozusagen. Da gibt es dann wieder einen blauen und ein Update. Ein bisschen Update. Torpedos auf Steuerbord. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gut, dann wünsche ich mal was. Handt ihr die auch? Mach's gut, mein Lieber. Viel Spaß, ciao. Boah. Stop. End. Ah, okay. Einen habe ich mitnehmen müssen. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. Autsch. Das hat wehgetan. Was macht er denn hier? Was hat er hier für einen Auftrag da hinten? Nebelwerfer gestartet. Oh, zerstört. What? Krass. Nice. Nebelwand gelegt. Gute Arbeit. Wie spielst du hier schon mal deine Kampfaufträge? Okay. Die behalte ich dann auch, oder? Der U-Boot fahren macht schon ziemlich auch Spaß, wie ich finde. Und zwar nicht. Was hat er denn? Jetzt gehen Sie dann. Abzünden, los! Fuck, bin ich jetzt gerade erschockt. Nein, nur für bestimmte Zeit. Ach, das ist schade. Ich hatte gehofft, dass die mit fest ins Ding reinkommen. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Der war nice. Ah, shit. Etwas aus dem Fokus verloren. Maschinenboost aktiviert. Nebelwand gelegt. Wo kamen denn die her? Vordere Unterstützung an! Bestätige! Vordere Unterstützung an! Mal gucken, wie ich den jetzt hier ein bisschen überraschen kann. Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Unser Team hat die Führung überlaufen. Torpedos achteraus! Nebelwerfer gestartet! Darf mich halt nix mehr treffen, weil sonst bin ich instant down. Nebelwand gelegt! Den würde ich ganz gerne noch down machen. Oh Gott, das ist einfacher gesagt und getan. Ah, sehr schön! Raus hier! Raus hier! Hier hinten ist irgendeiner noch da. Das mit unser U-Boot. Ah! Fast down! Ja, 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 ja! Die Torpedos kommen gut! Nein! Verdammte Axt! Oh nein! Schade! Gassi! Mensch mein Lieber! Wieso kommen keine Alert-Sounds? Sie müssten eigentlich wieder gehen. Aber es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für deinen Raid, mein Lieber! Für deinen Raid-Host! Und herzlich willkommen an deine Zuschauer! Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe gut! Sinakiko ist auch wieder mit am Start! Hallöchen! Na, was habt ihr Schönes gemacht! Ihr Lieben! Achso, mein Bot mag dich überhaupt nicht! Schau mal, der macht nicht mal einen Shootout! Was ist da los, Gassi? Ich versteh's nicht! Das ist ja... Hä? Ich kann nicht mal einen Shootout machen! Warst du mich irgendwie auf Blockieren oder irgendetwas? Ich füge dich jetzt einfach mal als Freund hinzu! Vielleicht ändert das irgendwas! Das ist ja strange, oder? Nur noch er lebt hier! Wie ist denn das? Was ist denn das für ein Kack? Ach, die zuhause will ich auch nie so wie Gassi will! Aha! Nee, aber schau mal, selbst der Shootout funktioniert bei dir nicht! Ach, jetzt er geht's! Transport Fever 2 habt ihr gespielt! Ah, das kann sein! Das kann sein, dass er deswegen irgendwie blockiert! So, eher hier der einzelne... Eiser... Eiserne Kämpfer! Kann gut sein, aber ich wüsste gar nicht... Müsste ich mal schauen bei Stream-Elements... Aber, ja... Müsste eigentlich ein Thema dann von Stream-Elements sein! Wo ich bei Stream-Elements gucke, ob da irgendwie in irgendeiner Art und Weise da... Die Blockade ist! Keine Ahnung! Du hast selbst auch Stream-Elements, okay! Du hast auch Stream-Elements, dann kannst du mir bestimmt sagen, wo ich da am besten nachgucke, oder? Wenn ich jetzt hier einfach mal so Stream-Elements aufmache... So, haben sie ihn jetzt endlich? Ne, immer noch nicht! Gibt's auch nicht! Der ist echt gut, der DD-Fahrer! Ähm... Gassi, kann ich dich hier in Stream-Elements irgendwie noch anders... Chatbot... Spam-Filter... Das... Nur Link-Schutz und auf Minimum! Was anderes ist dann nicht aktiv! Äh... Das komische! Und den Auto-Mod habe ich auch nicht aktiv! Ach, Schimpfwörter... Warte mal! Da steht nix mit dem SS drinnen... Ne... Keine Ahnung! Ähm... Egal, wie geht's euch? Ne, hab kein Plan, die Probleme... Wie gesagt, noch nie gehabt, okay! Ja, ich weiß es auch nicht... Keine Ahnung! Äh... Du, äh... Bei mir alles bestens! Danke! Ich hab grade frei! Ich bin grad in die Heimat gefahren vor... Vorgestern... Vorgestern Nacht! Also, bin jetzt den zweiten Tag hier! Und... Genieß die Zeit! Hab' heute Formel 1 angeguckt! War mega, mega spannend! Mega cool! Ja, und hab' hier natürlich auch einige Dinge zu tun! Also, es ist jetzt nicht so, als würde ich hier nur... Äh... So, Däumchen drehen! So ist es nicht! Ähm... Muss hier in der Wohnung einiges machen! Ich bin ja hier auch in der Wohnungseinkriemergemeinschaft bin ich ja... Ähm... Hier auch... Ah, das ist das, was ich gemeint habe mit Licht angehen! Bin ich im Verwaltungsbeirat und... Ähm... Hab' da einige Sachen zu erledigen! Ist ja geil, hört man da einen Hund? Cool! Also, da gibt's auch immer viele Sachen zu tun! Ja, wie gut ist denn der? Wie kann der sich denn jetzt komplett versteckt haben? Ja, und selber? Was gibt's bei dir Neues? So eine kleine Insel hätte ich gern! Die wär' doch voll geil, oder? So einen kleinen Berg drauf! Hier so ein paar kleine... Wie soll ich sagen? So eine kleine Bucht! Wobei, so eine kleine Bucht hier so... Das wär' mega nice! Dann stell' ich mir hier irgendwo hier so mein Haus hin... Hier baue ich mir so einen Wasser... So einen Wasser... Flughafen... So eine Wasser... Landebahn brauche ich da! Das wär' schon mega nice! Das wär' schon mega nice! Dann natürlich ein Boot-Anlegerstelle! Die kommt dann hier neben... Direkt neben den... Flughafen dahin! Flughafen! Das wär' doch traumhaft hier, oder? Wär' genau mein Ding! So eine Insel... Aber das ist leider noch nicht so ganz im Portemonnaie... Äh... Äh... Möglich! Das ist überhaupt eine Zwischenprüfung! Da habe ich viel Stress, aber passt! Oh je! Oh je! Hast du dich gut drauf vorbereitet? Oder wie schaut's aus? Gefecht endet in 5 Minuten! Gute Vorbereitung ist eben... Äh... Die halbe Miete! Weißt du ja! Kennst ja! Boah! Kann mir mal jemand sagen, warum ich da jetzt 450.000 bekommen hab? Hä? Wie soll ich da so viel Kohle bekommen? So über die Flaggen dann nochmal... Krass, oder? Schauen wir mal kurz zu diesen Aufträgen... Nebellord! Hi! How are you? Kampfaufträge... Die haben wir hier... Wo komm ich da U-Boote hin? Wo komm ich an U-Boote ran? Ist das nur über Clan-Gefechte? Ne, oder? Was ist denn Öl? Ach krass! Super Schiffe! Was für geile Schiffe bitte? Wüstes Gefecht! So, das sind die Gefechte, die man gerade machen kann hier... Ben meinte, wüstes Gefecht nicht äh... Nicht wildes Gefecht... Geschenkcontainer... Aber wo... Wo sind die jetzt... Wiederkehrend? Keine Ahnung... Bin blind wahrscheinlich... Wahrscheinlich finde ich es einfach nicht... Oder sie gibt es gerade nicht mehr... Die U-Boote... Kann auch sein, oder? Oh... Schau mal an... Monsterfreak! Vielen lieben Dank für dein Check-In und herzlich willkommen an Bord! Hallöchen! Danke dir! Ja, ich finde... Den Gefechtsauftrag finde ich nicht... Ich hab sie, aber will sie nicht... Ah, dann schieß mal rüber! Komm! Sei nicht so! Sei doch hier... Äh... Hier nicht so... Schippenschufe, komm! Ah ja, okay! Das kann natürlich sein! Vielleicht irgendwie so als Folgeauftrag oder sowas... Das kann natürlich gut sein, dass man da... Einen gewissen Level erst braucht oder dafür haben muss, damit man die bekommen kann! Can be true! Jetzt komm, lass mich in den Game rein! Sei nicht so! Na, also, geht doch! Find payroll! Willi Mais wie Teddy auch... Also, die U-Boote finde ich äußerst nice, weil ich ähm, ähm halt gerne diese Dreidimensionalität ähm, mit dabei hätte, was bei U-Booten halt durch die tiefe noch mit dazu kommt, deswegen finde ich U-Boote ganz cool! Gremia sch Jerob 앞 verdient man immer mehr...credits... das ist gut zu wissen. Sehr, sehr nice. Ach, komm, gegen Tier 10 habe ich doch überhaupt keine Chance mit meinem Tier 8. Ich bin allgemein das Schlechteste von allen. Okay, die zwei können auch mit dazu. Naja. Was soll's? Wir machen's ja nur just for fun. Eh, was meint ihr, warum sonst? Ich hab doch keinen anderen Grund, oder? Warum wir das machen hier. Danke. Yes. So schaut's aus. Ich schau mal, ob ich den A-Bereich erobern kann. Use Google Translator. Hey, wieso soll der Google Translator verrenten? Versteh's nicht. Sono piccolo sotto marino. Irgendwas mit kleiner Marine. Flotte. It isn't the same, man. Was? Was laberst du? Thanks for the bro. Was? Ich muss auch hier stehen. Ah, da ist aber auch schon jemand am Start. Ich verteile hier einfach mal was. Wurde geortet. Torpedos auf Steuerbord. Hinter der Insel ist der drinnen. Torpedos auf Steuerbord. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Achtung, melde Zielposition. Der Ballert hier hinten die ganze Zeit den Torpedos hier raus. Das ist ja unglaublich. Beinerei. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Bleib einfach mal hier stehen. Schauen wir mal, dass wir in dem Bereich zumindest mal der O-Bahn. Da kann ich immer noch agieren. Nebelwerfer gestartet. Gegner aus unserer Strohung gesichtet. Nebelwand gelegt. Gegner aus unserer Strohung gesichtet. Gegner aus unserer Strohung gesichtet. Wir fahren einmal eher in die Mitte zu den anderen Zipfis dazu. Wenn hier mich jemand klatschen will. Keine Chance abzuhauen. Alleine habe ich da überhaupt keine Chance. Deswegen gehe ich mal zu den anderen Zipfis darüber. Wir haben die Führung übernommen. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. So, wieder. Achtung, melde Zielposition. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Maschinenboost aktiviert. Und tschüss. Das ist in dem U-Boot. Die ballert. Ich könnte ja versuchen, da ein bisschen draufzubadern. Der steht da nämlich so komplett offen. Und theoretisch, naja, 11,9, da würde ich sogar hinkommen. Könnte ich ein bisschen anzünden. Ach, komm. Der hat echt getroffen. So kommen wir halt da mal rückwärts raus ein bisschen. Ach, wie krass. Der hat echt getroffen. Wie krank. Das ist ja geil. Nebelwerfer gestartet. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Nebelwand gelegt. Ich hab jetzt halt mal drauf. Ich probier jetzt einfach mal. Oh. War auch getroffen. Sehr schön. Vor der Unterstützung an. So. Hallo, wie wenn. Achso, gut. Das ist ein Zerstörer. Äh, ein Kreuzer. Wollte grad sagen, wie. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Oh. 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 Okay, entdeckt. Da ist die Burnout. Der taucht gleich unter. Sehr gut. Jetzt mach halt den scheiß Nebel, du Arschloch. Bevor ich ganz down bin hier. Die Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Oh. Death from below. Oh. Okay. Einmal durchschlagen Na super Immerhin irgendetwas getroffen Und war nicht ganz Umsonst hier Das ist ein Glouis Wo ist die? Die ist hinter dem Berg Nebelwerfer gestartet Nebelwand gelegt Boah, ich habe tatsächlich noch getroffen Kommen Sie zurück Der da hinten ist ganz alleine Da können wir vielleicht mal drauf gehen Auf den Zerstörer gegen Zerstörer Aber der hat halt noch volles Leben Das ist halt echt Ich glaube da kann ich da hinten mehr anrichten Hier nicht für die Delny Aki Äh, warte mal IQTV Äh, macht keinen Sinn, oder? Ist stärker wie ich wahrscheinlich, oder? Ich schau mal, dass ich an die Hipper Irgendwie noch hinkomme Maschinenboost aktiviert Impfung B Mach ich Danke für den Tipp Da hinten ist noch ein Zerstörer Le Fantastique Da kümmert sich die Des Mo-Mo-Mo-Mo-Mo-Moist Drum Wie auch immer man diese ausspricht Ich habe keine Ahnung Nebelwerfer gestartet So wird's gemacht Nebelwand gelegt Weg mit dir Schmutz Du hast hier nichts zu suchen Das ist unser Bereich Nice Okay Dann bleibe ich so lange Jetzt mal hier So, wer lebt denn noch? Ibuki, Shimanso und Delny Ibuki, auf die gehen wir als nächstes Unser Sieg ist in Sicht Ist irgendwo da vorne Scheiße, ich habe keine Nebelwand mehr Aki To be fair, the new iteration of SUT Is the most fun so far Ich finde Subs auch cool Ehrlich gesagt M4B Demo Mo Oder Des Moines Des Moines Meinst Du meinst, es ist bayerisch Des Moines Jetzt verstehe ich es Maschinenboost deaktiviert Okay So nimmst du mich böse Ich hau mich da hin Unglaublich böse nehme ich dir das Mein Lieber Nein, Spaß Alles gut Schlaf gut, mein Lieber Danke nochmal für deinen Supporter Reno Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Schlaf gut und erhol dich gut Und vor allem Einen richtig schönen Wochenstart Wünsche ich dir Jetzt mal ein bisschen Concentration hier Im Tag legen Damit ich den Typen mal auch Irgendwann mal vielleicht treff Ist durchgeschlagen, super Gewonnen ist Gewonnen Nice 590.000 Ja, nicht so schlecht Dritter ist für meine Umstände ganz gut So, erhalten sie so viel potenziellen Schaden wie möglich Okay Waren wir nochmal das Ganze Das war spaßig Das hat Spaß gemacht That was pretty nice Na, das hat schon spaß gemacht Muss ich eigentlich zugeben Wie sollt Outside Leute Wirklich 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 Und Wirklich Wirklich So, aber jetzt lassen wir gleich mal noch Liebe rausgehen, einen guten Gassi. So. So, weiter geht's, wir dürfen den Start nicht verpassen hier Jungs und Mädels. So, was machen wir denn schönes? Ja komm, wir schauen mal ob wir Alpha hier sichern können. Ich gebe mal gleich mal Gas hier, umso schneller sind wir da, wobei gefühlt die Gegner immer schneller sind wie ich. Na ja, ich fahr jetzt einfach mal drauf, die Drazen sagt das, das ist die Drazen. Natürlich sind wir absolut Low-Tier unterwegs, wie immer, man kennt's. Mal gucken, wer ist zuerst, wer ist zuerst. Ah, der Gegner, ich wusste. Das ist auch einer. Nebelwart gelegt. Nebelwart gelegt. Nebel rutsch. Das ist auch ein Wacke. Ja, das ist eine Wacke. So, ich gebe mal das. Um, der dich muss ich nicht hinweg. Da, ich bin sicher nicht hinweg. Ich bin sicher nicht hinweg. Ist das nicht vor, um ein Wacke. Es ist nicht mehr. 要 bist du einfach nicht. Ich bin sicher nicht mit einer Wacke, ich über merkwür. Ich bin ein Wacke, ich bin ein Bogen hinweg zusammen. Das ist nicht mehr. Nicht genau. Ich bin lange nicht. Ich bin sicher. okay Nebel, Nebelwand ist wieder aus ich würde sagen, ich bleibe aber trotzdem hier stehen und kläre hier so ein bisschen auf und chill so ein bisschen hier so weit komme ich eh nicht aber wie krass wendig die Schiffe einfach sind das ist ja schon heftig oha, was sind wir denn da? okay dann dauern die noch? paar Sekunden Nebelwerfer gestartet nebelwand gelegt problem gelöst um was schweig nicht habe den die 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 gegnerischen kreuzer entdeckt ich freue ja nicht bleibe ich lieber unerkannt da ist ein U-Boot aber ich kann es mal wagen da ein bisschen rumzufahren hinter die inseln rein wisst ihr Fischfutter auch ein cooler Name na wie gehts wie stehts alles gut ich hoffe doch mal ich hoffe doch mal schauen wir mal wo der Zipfi klart versteckt da hinten mich ja doch interessieren ich hoffe nur dass er mich jetzt nicht aufdeckt nebelwerfer gestartet ach so klar kritischer Maschinenschaden nebelwand gelegt problem gelöst das ist ja cool eine kombination nice wieder entdeckt kacke weg hier sehr sehr nice bei mir alles gut danke der Nachfrage danke danke ich hab grad frei flieg jetzt erstmal ein paar Tage nicht so 10 schmeidige Tage sozusagen und ja die Zeit nutze ich natürlich nebelwerfer gestartet nebelwand gelegt so den Bereich A hab ich jetzt eingenommen oder gemeinsam aber B ist wieder offen das heißt wir schauen mal dass wir den B auch erreichen können ich hab jetzt nochmal Gas dann werden wir über das andere U-Boot drüber fahren wenn ich das irgendwo erwische oh scheiße ist einer gerade hops gegangen naja momentan ah scheiße wir haben halt ein Schlachtschiff schon mehr verloren wie die das ist ja kacke Maschinenboost aktiviert das ist ja kacke in der in der in der in der in der in da noch ein bisschen was mitmischen kann das gegnerische Team hat die Führung übernommen ja scheiße 5 gegen da ok nicht gut was ist das denn für ein krankes Schiff hier was ist das denn für ein krankes Schiff hier Wie ist das denn für ein krankes Schiff hier das ist das denn für ein krankes Schiff hier aber kein krankes Schiff aber das ist ja das ist ja noch das ist ja das ist ja der wenn das ist ja torpedos voraus nebelwand gelegt torpedos direkt voraus schön maschinenboost deaktiviert bin down ich bin down ja schön kriegsschiff durch gmbr zerstört naja gut war ne scheiß runde muss ich sagen wie findest du dass man bei den cw keine cv mehr nehmen kann also ich find das schade ok ja keine ahnung gute frage warte manch auf kostenlos mit der mal ne runde ähm ist schon da kannst du mir einen gefallen tun und mir kurz erklären was cw und cv ist cv sind u-boote oder oder was meinst du einen loop mach mal so e ich Ich bin tt-tting-ting Wird Gefecht starten. DW ist Clamos und TV ist Flugzeug. Ah, okay. Dann war ich komplette Reno auf einem Holzweg. Ich habe noch nie in einem Clang-Game gespielt, muss ich zugeben. Ich bin in keinem Clan, deswegen kann ich da nicht mitreden. Und CV also das mich komplett voll erwischt. Das habe ich auch noch nie gespielt. Tatsächlich habe nicht mal einen Flugzeugträger, muss ich eingestehen. Ich habe ein paar Schiffe. Mein höchstes ist Tier 8. Aber ein Flugzeugträger tatsächlich. Null. 15 Kilometer. Kommt da hin. Jagen wir doch da mal was rüber. Ach, das dauert noch ein paar. Wie weit geht denn die Batterie? 10,9. Alter, was ist denn das? Achso, okay. Das ist Flack. Das läuft da mehr. Ich hätte gerne U-Boot, ehrlich gesagt. Ich habe es vorhin auch schon Leonidas gesagt, aber ich habe keins. Aber ich hätte gerne eins. Ich glaube, das wird mir mega Spaß machen. Ich bin eh U-Boot-Fan. Ich habe damals schon das uralte Silent Hunter damals schon gespielt. Das war gut. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Die V-Fan macht schon Spaß. Ich finde die alte Steuern. Vogelpöse sind besser. Die neue Steuern ist bedürftig. Okay, dann habe ich jetzt in dem Fall dann kein Problem damit, weil ich kenne die alte nicht und muss mich somit dann auch nicht umgewöhnen. Natürlich ein großer Vorteil ist. Ich brauche Aufklärung. Ja, F. Verstanden. Ich bin schon dabei. Was soll ich machen? Oh, nee. 7,2 Meilen. Hier hast du was. Schieß. Schieß. Macht er. Ja. Ja. Ich sehe. Torpedos direkt voraus. Kritischer Maschinenschaden. Torpedos voraus. Feueralarm. Ja, ich sag's mal so Erfolgreich war das jetzt nicht Sein Hunter war wirklich geil Sein Hunter war richtig Richtig geil Das hat so Spaß gemacht Vor allem, gut, ich hab die Sein Hunter Spiele gespielt Da wart ihr wahrscheinlich noch nicht mal auf der Welt Klingt blöd, ich weiß jetzt nicht wie alt du bist Aber Ja, das ging wirklich schnell Shit Ich hab noch das uralte Sein Hunter auf einem Ich glaub 486er oder sowas war das Auf DOS Ich weiß gar nicht, wann kam das erste Sein Hunter raus Ich muss mal googeln Ich hab jetzt erste Sein Hunter raus 1996 von Mindscape, genau Das hab ich damals gezockt Sein Hunter 1 Geil Der erste Teil des amerikanischen U-Bootkrieges im Pazifik Da war ich auch noch klein Da war ich auch erst Du bist 34, Asha, oder bin ich zwei Jahre älter? Da warst du acht Jahre alt Ich bin 36 und mit zehn Jahren Das hab ich, oder mit Keine Ahnung, dann hab ich's halt mit Elf Jahren oder zwölf Jahren Das war so cool Wie alt warst du, oder? Ich war zehn ungefähr Such's Chef Und auch an dich ein herzliches Willkommen zurück Du hast erst im dritten Teil angefangen zu spielen Ja, der dritte Teil war schon gut Aber wann war der dritte Teil? Der dritte Teil der Puh, wann kam denn der raus? Jetzt hab ich's schon geschlossen Ich hab Silent Silent Hunter Der dritte Teil kam raus 2005 Ah ja Gefechtsstation Hi Silent Hunter war Nice Ich weiß gar nicht Gibt's da eigentlich einen neuen Teil? Muss mal gucken Der letzte von 2012 Silent Hunter online Ich kann mir auch nicht vorstellen Dass der Dass der noch läuft online Inzwischen wurde das Spiel wieder eingestellt Ja, super Hätte ich echt mal Bock Ich weiß gar nicht, ob man das noch Heutzutage zum Laufen kriegt Abgelehnt Hey, ne rein Tier 8 Runde Cool Da müssen wir mal gucken Hey, lass ihn doch dieses U-Boot spielen Ich weiß nicht, was sein Problem ist Lass ihn doch die U-Boot spielen Das ist doch cool Sandbox Äh, Sandbox ist Zauberwort Eason bereit erobern Das ist doch Ja, ich weiß nicht mehr Das ist doch Lass ihn doch sein Lass ihn doch in den Augen in den Augen retmen Unsere Däum An суд Warum bin ich eigentlich noch nicht? Ach, jetzt auch. Heißt doch, geh Wand an. Ich habe gerade auf den Chat geachtet. Ja, ja, ich seid geliebt. Ja, ja, halt jetzt die Schnauze. Ich fahre wieder raus, ich Idiot. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerische Schlafschiff gesichtet. Gegnerische Schlafschiff gesichtet. Entdeckt, jawoll. Gegnerische Schlafschiff gesichtet. Ich hau ab wieder. Und down. Und tschüss. Arrivederci. Grüß Sie. Grüß Sie, Korski. Okay, ich glaube, das war es wieder. Du musst halt einfach dabei bleiben, Zeefix. Nicht einfach hier. Dann fahren wir halt eine Runde Schlachter. Ähm... Ja, die Frage ist, ich muss es ja auch irgendwo herbekommen. Ich weiß nicht, ob das bei Steam erhältlich ist. Ich muss mal gucken. Hätte ich aber echt Bock drauf. Ah, Moment. Ich brauche halt einen Key dafür. Damit ich es mir runterladen kann. Oh, Sighthunter 3 gibt es bei Steam. Nee, Ubisoft für einen Euro. Oh, das ist ganz schön teuer. Ich überlege mir das mal echt, ob ich mir das hole. Sighthunter 5 gibt es auch. Das kenne ich jetzt nicht mehr. Das habe ich nicht mehr gespielt. Auch das 4 habe ich nicht gespielt. 3 war das letzte, was ich gespielt habe. Hat aber auch eine schlechte Bewertung. 5,6. Und das andere eine 8,4. Außerdem ist Sighthunter 5 viel zu teuer für 2,10 Euro. Du hast noch auf CD. Ich habe das auch irgendwo auf CD im Keller. Aber ich habe kein CD-Laufwerk. Doch, ich habe ein USB-CD-Laufwerk irgendwo rumliegen. Stimmt, ich habe einen, ja, stimmt. In meinem Bank habe ich einen USB-Laufwerk. Aber wisst ihr was? Bis ich in den Keller gegangen bin und diese CD gefunden habe, da hole ich es mir lieber für einen Euro im Key auf Ubisoft. Ehrlich gesagt. Das 4 hat eine 7,9er Bewertung. Ja, ich auch nicht. Oh, Leute. Ich glaube, ich mache heute Feierabend. Ich bin echt schon ein bisschen müde, muss ich zugeben. Weil ich bin voll noch im Rhythmus vom Fliegen drinnen. Und die letzten Schichten bei mir waren Frühschichten. Und die machen mich echt fertig. Ich sage es euch, Leute. Frühschichten sind echt bitterböse. Ich gucke mal, wer wäre denn ersatzweise noch zu haben? Die Runde fangen auf jeden Fall zu Ende, aber trotzdem. Schauen, spielt denn da jemand? Warum spielen denn momentan alle wieder Rust? Verstehe ich es gar nicht. Schwierig sei ich, schwierig. Ja, wir beschleunigen in der Zwischenzeit schon mal. Mal schauen. Nein. Ah, ein anderer. Zwei andere Deutsche sind noch. Ach. Gut. So. Okay, kaum switche ich ins Spiel rein. Was ist denn hier schon wieder? Viel Glück und ruhige Wasser. Alle, alle richtig zwierter drauf. Und ich. Viel Glück und ruhige Wasser. Ich brauche Aufklärung. Ich brauche Aufklärung. Ich brauche Hilfe. Gutes Spiel allesamt. Was ist denn hier? Ich liebe es. Thanks, enemy, you also. Bite me, daddy. Ach, wie geil. So, jetzt haben wir dem mal eine drauf. Ach, das war wahrscheinlich eh zu weit. Was habe ich denn geladen? Wieso habe ich denn eigentlich AP? Naja, gut. Gegen den ist es, glaube ich, eh nicht so schlecht. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt beruhigt euch doch. Wollt mir nicht gleich so eine Breitzeit wieder hier mitgeben, ihr Arschlöcher. Echt, was soll denn das? Das ist voll unfreundlich. Und überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich habe mit Null, ich habe nicht mal getroffen. Und dann mir gleich so kommen. Das ist, finde ich, nicht gerechtfertigt. Ach, das hört sich vielleicht die Florida auch noch auf mich. Nee, also. Ich weiß nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Nee, das finde ich überhaupt nicht gerechtfertigt. Kann ich nicht nachvollziehen. Hätten ja wenigstens mal fragen können, ob es überhaupt okay ist. Aber nö. Null. Nicht durchgeschlagen. Danke. Halt hier drauf. Auf die Torento. Weiter weg. Null mal so ungefähr. Ich ziehe mal so. Null 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 mal so. Irgendjemand hat uns schon wieder penetriert hier. Oha. Schau dir das Faultier an. Vielen Dank. Faultier für deinen Check-in. Und herzlich willkommen an Bord. Treffer in der Zitadelle. Okay, das hat sich echt ventiert. Das war gut. Das war ein schöner Treffer. Danke dir, Faultier, für deinen Check-in. Und nochmal herzlich willkommen an Bord. Schön, dass du dich entschlossen hast, mit in unseren wunderschönen Ervus mit einzusteigen. Jetzt schauen wir, ob wir dem noch einen mitgeben können. Ja, kann man lassen, würde ich sagen. Die Torpedos machen den Rest. Sehr schön. Die machen den Rest. Wunderbar, das halt gut funktioniert. Dann geben wir der Florid als einen mit, würde ich sagen. Oder? So, machen wir das. Na, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Dann war zu optimistisch, sag ich ja. Ach du Scheiße. Äh, ich brauche Hilfe. Oh, Schreiber, du fieber Hund, du. Alter. Guten Morgen. Guten Morgen. Meister Schreiber ist wieder mit am Start. Hallöchen. Na, gut geschlafen? Danke dir für deine 200 Biddys. Dankeschön. Ich will den Trend noch mal einen mitgeben können. So, jetzt reparieren wir aber mal wieder. Zeit wird's. Oh, er bremst ab. Schau dir das an. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Oh, feindliches U-Boot auch noch. Jetzt bin ich wirklich wach, ja. Dank einem lieben Schreiberlein. Okay. Jetzt wird er wach auf einmal. Und, und, und. Das ist der, den wir vorher auf die Zitadelle geschossen haben. Sehr nice. Freue mich tatsächlich ein wenig. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Na, Schreiber? Wie war die Nacht? Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, die Tropfen. Sehr nice. Ich muss mal nix sagen. Ich glaube, das war in Ordnung. Ich würde schauen, ob wir dem noch einen mitgeben können. Ah, das war, das war. Ah, gut. Der könnte reindrehen. Der könnte reindrehen. Ah, knapp. Jetzt dreht er weg. Das ist nix. Gut. Gut, der haut ab. Ist zu vernachlässigen. Na gut, den... Machen die Jungs jetzt fertig. Sehr schön. Na gut, das U-Boot. Dann hinten haben wir die Repulse. Und die New Orleans. Haben wir da noch. Ihr seid 0 Uhr wach, aber jetzt richtig aufzuhören bringt der nächste. Ja, das ist richtig. Macht Spaß, über den Fahnen zuschauen zu können. Das ist... Freut mich sehr. Mein Lieber, das freut mich sehr. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Das hört man immer gerne. Danke dir. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Wir machen... Wir haben einen gegnerischen Kreuzer... Was ist denn das für ein Schiff gewesen, bitte? Irgendwie ein Spezialschiff oder was war das? Wir machen es nur leider viel zu selten tatsächlich. Wir haben nämlich heute ein großes Container-Unboxing gehabt. Wir haben heute 48 Container ausgepackt. Und im Zuge dessen... Heute mal wieder einen richtigen... Im ganzen Stream, eine ganze Runde lang... World of Warships am Zocken. Was schaust du denn sonst so? Heute hier. Und Schreiber... Das heißt, du hast dich von 4 bis jetzt im Bett gequält... Und... Versuchst zu schlafen, oder? Ich bitte... Oh, die Nürnberg kriegt gleich ein paar Torpedos. Oh, das schmerzt. Das schmerzt richtig. Das waren bestimmt 20 Jahre, dass der... Gerade hier an Leben abgenommen hat, oder? Der brennt schon. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Der Profi! Sehr nice! Das ist... Was geht es denn? Okay. Ah, 3 Schiffe in einer Runde. Sehr nice. Vielen Dank. Irgendwo muss hier das U-Boot sein. Nicht von 16 Uhr... Von 19 Uhr an. Was? Wie jetzt? Schon eine Warsom World of Warships streamen. Ab und zu stream ich selbst auch. Ah, das ist ja cool. Sehr nice. Oh, da hinten ist das U-Boot. Okay. Okay. Ach, scheiße. Jetzt taucht ab. Scheiße. Die Wand an. Warte auf Anweisungen. In der Luft. Einen noch er. Jawohl. Auch noch getroffen. Hey, Alter. Was ist denn heute los? Das ist ja unfassbar. Und er erobert auch noch. Ei, 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 ei. Nein, da hat es jetzt noch vier. Torpedos 8 aus. Ah, okay. Okay. Heute wünsche ich mir viele Kraten. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, mein lieber Faultier. Danke. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Äh, was ist Schlaf gut? Viel Spaß in der Arbeit. Und lass dich nicht ärgern. Das war eine gute Runde, würde ich sagen, Leute. Vielleicht lass mal an. 212.000, trotz, dass es kein, ähm, Premiumschiff ist. 3.761 Erfahrungspunkte. Das ist schon für meine Verhältnisse ziemlich gut. Für meine Verhältnisse echt gut. Das war eine Basis-EP, nur 189, oder? Nennt sich das. Das sind die Basis-EP, oder? Aber ich muss schon sagen, es war schon eine, eine sehr coole Runde mit den anderen. Kann ich den noch, kann ich eigentlich, äh, ein Lob aussprechen. Spielt gut. Spielt gut. Der hat auch gut gespielt. Alle haben gut gespielt. Ich fand, das war eine richtig coole Runde. Die hat echt gut zusammengehalten. Und, ich finde, da darf ich auch gerne mal Lob verteilen. Scheiße, das war's schon. Ich würde dir ja auch gerne, aber... Ihr habt das gut gemacht, Leute. Fühlt euch gelobt von mir. Für einen anderen, für einen anderen über, spielt schlecht. Ja, weil, wenn sie von mir sich am Abschießen lassen, sind sie halt dann nicht so gut, weil ich bin ja auch kein Profi. So schaut sie mich aus, Leute. So. Zurück zum Hafen, zu Bescheidenen. Also, wir haben mit 8 Millionen heute angefangen. Und jetzt haben wir 11,3 Millionen. Da wird sich der kleine Panda freuen. Ihr wisst, was Sache ist. Sie helfen aber, die Community zu verbessern. Ah, okay, vielen Dank für Ihre Aktivität. Dann wird mir gedankt, dass ich gelobt habe. Das ist ja cool. So, guckt's an. Was ist jetzt hier? Achso. Das sind die anderen zusätzlichen Sachen. Das sind die Wartungskosten. Ja, gut. Die Cossacks. Das war eine ziemlich scheiß Runde, muss ich ja sagen. Leute, die Cossacks. Niederlage. Wie viel Geld haben wir da bekommen? Haben wir trotz Niederlage so viel Kohle bekommen? Oh. Okay. Okay, läuft. Cossacks läuft's auch gut. So, Leute. Schreiber, du gehst ja jetzt arbeiten, schätze ich mal, um 4. Ich schätze mal, du gehst auch arbeiten, richtig? 4 muss aufstehen, 6 zur Arbeit. Okay. Achso, du bist, ich dachte, du bist jetzt aufgestanden. Das ist ja noch nicht 4, es ist jetzt halb 3. Wird Zeit, dass wir auch mal wieder was zusammenspielen, mein Lieber. Ich schaue gerade an, wen ich euch weiterschicken kann. Hm. Wenn er also weitermacht, den Zerstörer, dann bin ich auch bald weg. Komm, ich schicke euch an den, äh, an einen anderen Streamer, der auch gerade World of Warships zorgt. Der hat noch nicht so viele Follower. Der hat zwar ein paar Zuschauer, das ist sehr nice. Aber, lasst ihm doch gerne auch ein Follower da, der wird sich mit Sicherheit freuen. Und Sampling Support. Von Wargaming spiele ich derzeit kein Spiel. Äh, okay, Schreiber. Wenn du Bock hast, kannst du ja noch kurz in Discord kommen. Kann man kurz quatschen. Weiß nicht, wie dein aktueller Zustand ist. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann bald mal wieder was zusammen zu zocken. Ich hätte mega Bock drauf. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, ich schicke den Stream auf jeden Fall euch weiter an den, äh, Rio. Und, ähm, wünsche euch auf jeden Fall einen richtig, richtig geilen Wochenstart. Jetzt machen wir das Ganze erstmal so. Und, ähm, wünsche euch auf jeden Fall.